Oh, hallo? Hallo? Wird hier schon reingezogen? Leon! Der kleine Mann mit der normal großen Tasse. Oh, warum wird hier denn so... Oh, hey, hey, was geht, boys? Alles klar? Ja, ja, ja. Hey, was geht, man? Alle so aufgedreht. Es ist 19.30 Uhr. Alte Männer wie ich sind schon voll am Ende eigentlich mit ihrer Energie. Hey, was geht, ey? Deswegen haben wir die Uhrzeit auch so spät gewählt. Weil ich bin da selbst im Übrigen rein. Das stimmt. Edo, wo siehst du dich eher? Eher bei den Jungspunden oder eher bei den Boomern? Ich? Ja. Das ist eine schwere Frage. Ich sehe mich als Schnittstelle und vermittel zwischen beiden Welten. Also versuchst du jung zu wirken. Ja, ich bin alter, aber versuchst du jung zu wirken. Du willst dieses Meme, hey, fellow kids. Ja, genau, genau. Der Rentner mit dem Skateboard. Okay, was bist du denn, Edo? 34. Ach komm, hör auf, ey, das ist ja süß, ey. Wie alt bist du denn? 36. Ja, du alter Sack. Ja, klar. Ich bin die Schnittstelle. Welche Wörter müssen wir denn heute benutzen für junge Menschen? Leon, klär uns mal schnell auf, ey. Also auf jeden Fall musst du die Sätze beenden mit Bruder oder Digga und dann sind wir eigentlich schon auf einer Wellenlänge. Ist das so? Okay, Bruder. Ja, aber ich präferiere eigentlich immer das Wort Magger am Ende, lieber. Oh, Magger ist auch okay. Na gut, siehst du. Magger? Sagt das, ihr habt noch irgendjemanden, der unter 50 ist? Wow, 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 sorry. Tief getroffen. Aber da kommt der Oberboomer. Ries Oberboomer. Hey, Domo, was geht man? Der Jungle in the Jungle. Hello und herzlich willkommen. Hier, kurz der Cut. Bob. Schönen guten Tag. Hallo. Na, Buma, was geht? Hast du ja mal geguckt, laufen deine Computerspiele oder muss ich heute wieder eins gegen drei spielen? Nee, ich hab heute mir gedacht, heute, ich mach nur Bildschirmaufnahme, damit das nochmal richtig liegt. Man muss ja auch den anderen einen Vorteil geben, ne? Ich krieg schon wieder emotional einen Ausbruch gerade. Aber nur innerlich. Nur innerlich. Welches Spiel ist... Ähm... Wir fangen mit Gang Beasts an, ne? Ich würd sagen, wir spielen das Gastspiel zuerst. Oh, ich kann auch mal. Das Gastspiel, also Rocket League. Ja, ja, ja. Habt ihr euch da schon mal eingeloggt? Was heißt... Ich ja. Also, ich hab schon... Das ist jetzt... Ich hab schon lange nicht mehr gespielt, da hab ich grad gestartet. Und dann sagen die mir da, ich muss jetzt meinen Epic Games Account eingeben, so ne Scheiße. Epic Games? Ja, aber die haben's ja gekauft. Genau, das gibt's jetzt nur bei Epic Games noch, ja. Und wenn das über Steam startet, musst du ja trotzdem deinen Login... Ich muss mal kurz hier mein Passwort raussuchen. Ah, okay, okay. Ich hab's nicht mal bei Steam gehabt. Ja, ich hab's seit Ewigkeiten so bei Steam und jetzt haben die's gekauft. Scheiß Epic Games. Also, ist ja gut, dass Steam Konkurrenz kriegt. Aber trotzdem scheiß zwei Launcher. Und du hast mich doch... Und Edu hat mich angeschrieben... Boah! Tust du jetzt schon Rocket League trainieren? Ich so, nee. Ich guck mir an, ob das Spiel läuft. Ja, naja... Oh, oh... Oh, das schätzt man doch live. fitsst man Live? oooh. Oh, oh... Muss ich clinicals spielen? Ja, ganz kurz nämlich... Na ja, das ist erst sich bei mir auch grad durch. Scherze... Wo ist es da? Ich hoffe, ich kann mich da kurz zum Entrang nehmen. Ey, toller Teaser, J Kumar. Mach dich bereit zum Verteidigen! NEIN, ich hab noch gar kein Gamepad dran! da halte weh, okay. Ich werde mir nicht da, ich habe nicht vorbereitet. Oh, okay, okay. Ich weiß auch noch nicht, ich spiele, glaube ich, mit Gamepad. Ja, ich will auch mit Gamepad spielen. Weißt du was? Unsere Challenge, ich habe schon eine gute Idee, warte kurz, ich habe schon eine sehr gute Idee. Ich auch. Ich hoffe, wir haben beide die gleiche Idee. Mal gucken. Bitte klicken Sie auf jedes Bild, wo ein Fahrrad zu sehen ist. Uff. Der erste Challenge des Abends. Die Dinger sind halt richtig scheiße. Einfach rein. Einfach die Fahrräder durchklicken. Nein, warum habe ich denn keinen Mauszeiger? Nein, ey. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, Alter. Wollen wir eigentlich einen Sprott machen? Kann ich mich mit Google einfach anmelden? Ich habe es geklappt, nein. Ich kann mich einfach mit Google anmelden. Let's go. Das sind diese Probleme, die man nicht braucht, Alter. Nur hier live! By Gary Rangel in the Jungle! Boomer in the Jungle! Ey, Toro! Aufgrund der Tatsache, dass du ja letzte Woche so, also ich nenne es jetzt mal in der Fairness halber underperformed hast, ne? Äh, vielleicht machst du eine Moderation heute? Ich mache Moderation? Ja, würde ich schon sagen. Du musst ja auch anmoderieren, damit die Leute ja wissen, worum es hier eigentlich geht. Ich muss gerade Tutorial spielen. What the fuck? Okay, herzlich willkommen bei Gerangel in the Jungle, einem Best-of-Three-Game-Modus zwischen zwei hervorragenden Teams. Auf der einen Seite die Hostess HZ Dizzy, auch bekannt als der Magger oder der Bockwurst-Liebling des Twitch-Suprimes-Internets, der auch bei Alternate immer fabelhaft aussieht. Nein! Und sein Gegenüber, Toro, a.k.a. der Knaller, das Chameleon des Internets. Alt, aber immer noch gut zu gebrauchen. Sie treten heute gegen... Sie treten heute an gegen das Urgestein des Jungsoffens. Man kennt ihn auch als den Jüngling unter den Alten. Ja, ja, ja. Den Highscorer in sämtlichen FPS-Games. Natürlich ist das die eine oder andere Krise bei Ihnen schon, da das Alter doch jetzt mittlerweile kommt und die Reflexe werden auch nicht mehr besser. Aber wir begrüßen ganz herzlich Fleon the Red Panda Bond. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich. Ich bin richtig heiß. Und ihm gegenüber steht ein jüngerer, mittelmäßiger Hase, der seine Professionalität auch fast in jedem Spiel unter Beweis stellen kann. Es ist von nichts Geringerem die Rede als im Zombieschlechter Edo P. Aber wieso noch fast in jedem Spiel, was weiß ich das denn jetzt? Einmal klatschen, im Chat für Edo P. Endlich Mann, alter Mann. So ein alter Mann. Aber jetzt machen wir noch auch zwei alte Männer, oder? Bitte? Letztes Mal machen wir noch auch zwei alte Männer, oder? Danu und Trill sind noch auch nicht mehr die Jüngsten. Ja, die gehen schon stramm auf die 50 zu, aber die tun so, als wenn sie Jungs mit ihren Gamer-Brillen. Aber, also, sorry, Leon, aus deinem Mund, die sind auch nicht mehr so jung, die könnten ja auch 26 sein, gefühlt. Sehr gut. Wobei, wobei Leon ja schon sehr jung aussieht auch, ne? Ja. Ja, das machen die, das weißt du, das machen die Haare noch. Aber das gehört auch bei dir. Das stimmt. Bei uns kann man das Alter ganz gut anhand der Haare erkennen. Ja, weißt du, für Geheimratsecken, ich rasiere mir einfach die Seiten ab und schon habe ich keine mehr. Easy. Das ist einfach ein Pogchamp-Move, sozusagen. So, Jungs, was machen wir denn heute? Also, wir spielen heute drei Games. Das erste Game wird Rocket League sein. Das haben sich Leon und Edo P. ausgesucht. Wir, Dizzy und ich, haben uns für Gangbeast entschieden. Und das Community Game, das dritte Game, wird Handsimulator sein. Vielleicht wird das dritte Game ein Entscheidungsgame. Man weiß es nicht genau. Hoffentlich. Ich würde es feiern, wenn es ein Entscheidungsgame ist. Aber mal sehen, wie wir da klarkommen. Zur Erklärung. Das Gegnerteam kann immer eine Challenge, ähm, also beziehungsweise das, also Quatsch, was erzähle ich. Also, ein Team kann dem anderen Team eine Challenge für ihr Pick-Game auferlegen. Sozusagen kann ich und Dizzy jetzt eine Challenge ausknobeln, die dann halt, äh, Leon und Edo P. umsetzen müssen, zum Beispiel in Rocket League. Letztes Mal haben wir noch mal ein bisschen, also, wir können das auch, wir können das auch für alle machen, aber wir gucken halt immer so ein bisschen, ne? Ja, ja, ja. Wohl bei, bei Handsimulator gibt es, glaube ich, keine Challenge. Das ist die Challenge. Das ist die Challenge. Das ist einfach die, wirklich, dieses Spiel ist einfach die Challenge. Ja, wir haben natürlich jetzt geil drüber nachgedacht, Leon. Äh, doch, ey, ich hab die ganze Nacht den Kopf zerbrochen, Edo. Weißt du mir die Challenge, Leute? Also, für Rocket League habe ich mir auch schon was Schönes ausgedacht. Wie sind denn so eure Erfahrungen? Also, wie viele Stunden habt ihr denn ungefähr so bei Rocket League? Ich hab gerade installiert. Ah, okay, okay. Ich hab jetzt mal früher ein bisschen gespielt, äh, und hab jetzt, glaube ich, seit, Nein! Und hab jetzt, glaube ich, seit, seit zwei oder drei Jahren nicht mehr angefasst oder so. Aber ich glaube, das ist relativ drinne. Ja. Und noch mal. Ich habe, glaube ich, also, ich habe etwa so, so 100 Stunden, aber ich habe es auch, glaube ich, zwei Jahre nicht mehr angefasst. 100 Stunden? Ja, ja, aber Edo P ist noch krasser. Also, Edo P ist quasi, der, das, das zwingt einen an der Waage hier, weil der wird mit seinem Skill glänzen, der wird hier rumfliegen, der wird hier Tricks machen. Von welchem Spiel redest du hier? Ich hätte erstmal gesehen. Das trifft auf jedes Spiel zu, irgendwie. Ah, ja. Dass er in jedem Spiel rumfliegt, okay, verstehe. Eieieiei, da haut aber einer auf die Kacke, du. Wuuuuh! Ich konnte dich alle einladen. Ich konnte zum Squad-Stream, habe ich jetzt Leon eingeladen, Toro, dich habe ich eingeladen, Nils, dich kann ich nicht einladen. Da steht, kann aufgrund von Squad-Stream-Einstellungen des Streamers nicht eingeladen werden. Echt? Ich glaube, man muss dich gegenseitig folgen. Ja, man muss folgen, glaube ich. Folgst du mir nicht, Edo P? Ich folge dir, du folgst mir bestimmt nicht. Ey, Edo P, jetzt sei mal nicht so. Warte, ich slide dir direkt rein. Jetzt sei doch nicht so. Ich slide dir direkt rein in deine Follower-Liste. Oh, ich habe dir auch nicht gefolgt. Ah, siehste, du kleiner Lüppel, du, ey. Ich habe dir gefolgt jetzt. Geil, ey. Ich dir auch. Ich dir auch. Also, hier, so ein paar kleine Einstellungen, vielleicht sollten wir das für uns alle gleich haben. Mhm. Bei Einstellungen in dem Game, bei Kamera, sollten wir vielleicht auch das Kamera wackeln und den Foff auf voll machen, damit jeder die gleichen Bedingungen so ein bisschen hat. Foff auf Max, Kameratech ein? Aus. Aus, okay, ja, ist aus. Das sind so zwei Dinger, die sind halt wirklich ätzend. Also, wenn jetzt einer hier mit so einem 64er Foff rumfährt, ist das halt dumm, ne? Gegenüber einem, der mit 110 rumheiert. Also, was sollen wir jetzt machen? 110 oder was? So. 110, ja. Ich bin auch gar nicht drin, ich habe das Quatschirm gestartet. Was muss ich machen? Ich gehe auf Settings. Kamera? Bei Kamera, Kamera wackeln aus und Foff auf 110. Kamerashake ist aus und Foff auf 100. Was ist denn so ein Shake? Is das die Starrheit in Deutsch? Enable Screenshake-Effekt. Ach, der, oh Gott. Ganz oben, das machen wir aus. Mann, Edo, jetzt, ey, hör auf, ich bin 36. Das ist halt. Mann, wir haben ja diesen Rentner, den musst du alles fünfmal erklären, ey. Das ist wirklich so, das ist scheiße, ey. Ich fühle mich auch so heute, Edo. Mein Ex-Mark guckert wieder nicht. Also, Spots habe ich angenommen. Wie machen wir denn, also ihr macht ja wahrscheinlich irgendwie eine Lobby auf und was spielen wir denn? Ist ja euer Gamepick. Machen wir jetzt ein 2 gegen 2 ganz normal und... Äh, ich hätte gesagt, wir machen B und 3 2 wie 2. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja, wäre, glaube ich, dass... Es gibt ja auch einen Extramodus, ne? Körbe oder sowas. Ja, es gibt so Fun-Modes, aber ich weiß nicht, die... Ich bin ja ein Fan vom Richtigen, weißt du? Ja, aber ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall nochmal, ähm... Da müssen wir nochmal ein bisschen reingehen. Also, ich sag's dir so, wie es ist, Tauro, da müssen wir auf jeden Fall eine richtig knackige Challenge raufpacken. Also, bei der Erfahrung, die die beiden haben, da sind wir halt einfach mal am Ohrsch. Ich hätte sofort, beide dürfen nicht fliegen. Ich hab noch was Besseres. Äh, äh, okay. Ich hab noch was Besseres. Was hast du denn? Also, ich würde jetzt wirklich ganz klar, klipp und klar reinsliden und sagen, die beiden dürfen nur mit Maus und Tastatur spielen. Ja, aber... Ja, aber fliegen, weißt du? Ich glaube, das kriegt ihr auch mit Maus und Tastatur hin. Ja, nee, die sind ja eingespielt auf Maus und Tastatur. Nein, 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 nein. Ich muss ja immer sagen, Leon spielt mit Maus und Tastatur. Nein! Nein, dann muss Leon jetzt nochmal schnell loslaufen und Controller kaufen. Äh, ich kann auf Controller wechseln. Ach, siehste, Leon spielt mit Controller und Edo dann einfach mit Maus und Tastatur. Okay. Okay. Also, das ist, glaube ich, nicht so eine harte Challenge. Äh, das finde ich zwar gut, aber nicht fliegen wäre vielleicht auch noch, weil, weißt du, wenn Edo wirklich so ein Flugkünstler ist, dann haben wir richtig Fliegen. Dann bin ich gar nicht. Was sind das vor den Lügenmärchen? Ja, oder hier, Leon mit seinen 100 Stunden. Wenn der da rumeiert in der Luft wie so ein Gubi, Alter, dann haben wir... Ich kann nicht fliegen, Bruder. Okay, Toro, Toro, wir machen einfach deine Challenge, meine Challenge, schnick, schnack, schnuck, komm, wir gamen richtig rein, Hartreude. Okay, Toro war nicht fliegen, deins ist, wir switchen, ne? Genau. Okay, also, wir halten einfach an die Kamera und dann sagen wir, was wir haben, okay? Nee, 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 wir machen das, äh, Leon sagt schnick, schnack, schnuck und dann müssen wir, äh, zeigen. Laut sagen. Ja, genau. Nee, das ist doch mit Delay. Das ist doch Delay drin. Ja, für uns beide ist doch dasselbe Delay. Nee. Halt einfach in die Kamera, was du, was du hast und Chat kann das ja bestätigen. Okay. Es ist einfacher, ohne zu betrügen. Also, Leon. Hä, warte mal, was habt ihr jetzt vorher, ihr macht hier für Rocket Science draus. Nee. Mann, wir spielen gerade schnick, schnack, schnuck, was wir für euch für ne Bürde, äh, geben. Ach so. Ob ne Show-Rose oder mein Name. Nee, du hörst einfach nur zu erstmal in deinem Alter. Das kann ich nicht. Schäden, Schere, Papier, alles klar. Okay, okay. Weltbreit. Ja, fertig. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Schere. Papier. BABAK! Yes! Okay, der Man. Okay, geht los. Okay. Also, ich spiel mit Controller. Okay, okay. Wat? Nee, nee, 3 ist BBBO3. Wie immer. Komm, also schnick, schnack, schnuck ist immer the rule. 3 Versuche. Also, ja, genau. Wie beim ersten Mal. Was ist das denn für ne Version? Meine Hand ist heiß. Komm, let's go, baby. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Schere. Stein. BAB! Yes! Das ist doch nicht wahr! Yes! Okay. Gut, dann. Wir nehmen den Toro schon wieder. Gut, dann. Leon mit Gamepad spielen. Ja. Und Edomus mit Maus und Tastatur spielen. Richtig. Ja, aber das ist doch scheiße. Ja, bitteschön. Ja, ihr könnt uns ja bei Gangbeast auch so ne Challenge geben. Also, von daher... Extra, extra mein Gamepad rausgegrabt und abgestaut. Nein! Ja, siehste. Das ist gerangelt in den Jungle hier. Kann einfach alles passieren. Hier kann... Hab ich euch bei Steam, ist die Frage. Äh, ich... Ich glaube nicht. Epic Games, meinst du? Du musst es bei Epic Games machen. Epic... Oh Gott. Also, ich heiße so überall. Aber Leon, bei mir steht hier, äh, Plattform Friends In-Game. Red Panda. Also, ich hab hier auch die Steam-Geschichte verlinkt dazwischen. Okay. Das heißt, ich lieg schon mal zumindest in Weiden schon im Match. Also, ich seh auch die Online-Leute. Ah, at Friends. Ah. Dizzy, Dizzy seh ich hier auch schon. Aber Leon und Dings hab ich ja... Das wird noch witzig. Also, wie wir uns einladen. Warte mal, ich krieg dich geerdet, Tore. Das krieg ich hin, warte. Okay. Jetzt gibts einen zweiten Red Panda. Ich hab dich eingeladen in-Game, Edo. Hä? Wait. Mach nochmal. Also, ich heiße... Ich heiße... Der Leerzeichen Rächer, genau. Okay, du hast eine Anfrage, ne? Von Löwe. Äh, Bibliothek, Freunde, annehmen, bliblablub, Alter. Macht ihr das jetzt in Steam, oder wo macht ihr das? Jaja. Genau. Ich hab nur Epic-Freunde, weil ich bei Epic bin. Hey, du kannst das mit Steam verknüpfen. Irgendwo gab's das doch das. Ja, mein Game ist ja von Epic. Aber vielleicht kann... Kann ich trotzdem mit der joinen, oder so? Keine Ahnung. Red Panda... Vielleicht. Maybe. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, wenn ich... Äh, äh, Leon schnell... Aber da... Epic... Epic... Okay, warte mal. Muss ich mich einsaugen. Epic-Freunde hinzufügen, da unten. Ja, du kannst auch... Genau, gib ihm einfach seine ID, und dann kann er das ja auch machen. Dann lade ich dich schnell ein, Leon. Wie heißt du denn bei Dings, Leon? Äh, bei Epic? Red Panda mit zwei A, äh, also nach dem P. Ja. Red Paanda. Pa... Paanda. Paanda. Bei mir ist es Toro Twitch. Zusammen geschrieben. Hab ich dir geschrieben. Leon, lad mich nochmal ein, Leon. Du bist mir bei mir nicht mehr online, Edu. Was? Ja. Du bist mir bei mir noch online. Guck mal, ich kann dich auch in Weiden. Christin, ihr weit von mir? Äh... Du bist bei mir sogar online angezeigt, unter Online-Player. Red Panda mit Doppel-A. Auch hier gibt es natürlich den einen oder anderen... Ich finde es gut, dass ihr euch schon streitet. Das ist schön. Sehr gut. Finde ich auch gut. Das kompensiert den beschissenen Computer von Toro. Edu, wo bist du denn? Ey, du bist bei mir online angezeigt. Edu, ich seh dich nicht. Aber ich seh dich. Red Panda mit Doppel-A, oder? Hast du dich verschrieben? Joa. Weißt du nicht, wie du heißt? Kannst du mich nochmal ändern? Ich kann... Hier, warte. Guck mal. Hä? Wait. Ich bin vollkommen verwirrt. Hast du jetzt alle geschoben außer mich? Warte mal. Dahinter. Was ist das dahinter? Hier, warte mal. Das sind auch so. Das sind wirklich die Challenges. Habt ihr das jetzt alle über... Habt ihr das In-Game gemacht, oder habt ihr das über Epic gemacht? Nee, ich hab das In-Game gemacht jetzt. Ja, ich bin auch In-Game. Ja, ich hab jetzt In-Game... Leon jetzt... Ah, warte mal. Hier, Dizzy. Ja. Okay, warte. Ach, da. Ah, okay, okay, warte. Okay, warte mal. Dann hab ich euch... Also, Ido-P habe ich. Den kann ich einladen. Dizzy habe ich. Den kann ich einladen. Wir spielen heute nicht Rocket League. Wir spielen heute Rocket Science. Das sind wieder so Dead-Jokes, oder? Hey, 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 hey. Toro Twitch. Zusammengeschrieben? Toro Twitch? Äh, ja. Okay. Habt ihr einen Invite geschickt? Ja, hab ich sie gekriegt. Du bist jetzt mit Red Panda befreundet, aber nur befreundet. Geht auch kein Game-Invite. Jetzt müsst'n Invite haben. Rechts unten. Hä? Also in-game, rechts unten. Party-Einladung, ja. Nice! Easy! Was waren das jetzt, 5 Minuten? Was habt ihr denn für Autos? Guckt mal hier, Alter, was für ein kräftiger... Tolle hier! Private Match, Soccer. Habt ihr irgendeinen Map-Wunsch? Nee. Das sieht fancy aus. Machen wir jetzt mal irgendwas Standardmäßiges. Ich kann auch random machen. Nice. Team Size 2, Party-Only. Mario, wir müssen das überprüfen. Edo, kannst du bitte dein Gamepad dir um den Hals hängen, damit das auch jeder sieht, dass er das nicht benutzt? Ey, ey, ey! Ich werde nichts sagen, aber ich könnte mein Gameplay zwischen die... die Knie packen und trotzdem noch besser spielen als er. Okay. Mit einem Finger. Mit Füßen! Ich bin orange beigetreten. Ja, super, ich bin blau. Kann ich das nochmal wechseln? Äh... Ja, hier jetzt wechseln. Ja, hab ich. Okay. Okay. Okay, Leon. Okay. Ich glaube, wenn alle gejoint sind, geht's direkt los. Das geht direkt los. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich fahre. Wir gehen in die Tasten. Okay. Wie fährt man? Los. Mit W. Mit W, Edo. Oh Gott! Oh ja! Toro! Edo! Hol dir rein! Jawoll! Ja! Da ist das erste Ding! Bang! Die Tasten! Die Tasten! Die Tasten! Die Tasten! Ja, man muss sich erstmal einen Boost holen. Ich weiß nicht, wie die Tastenkomponitionen sind. Ich muss das rausgehen. Oh! Boost, glaube ich, richtiges Sprengen bei dir. Leon, das schafft mir Zeit. Okay. Nein! Nein! Oh mein Gott! What the fuck? Scheiße! Warum bist du so schnell gewesen, du Arsch? Ich hab einen Boost gemacht. Du Blöde! Edo, du fährst an? Ja. Oh Scheiße! Warte mal, ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Der geht hoch! Verpiss dich in OP! Wer schubst mich denn? Ich war das. Okay, B ist Boost. Das ist gut zu wissen. Alter, ich bin komplett klar damit, dass der Tor... Nein! Der geht ins Tor! Nein, der geht nicht ins Tor! Fängt damit! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oliver Kahn in seinen besten Zeiten. Ich wusste schon immer, es hat Vorteile dick zu sein. Gerade beim Fußball. Oh! Toro! Toro carried heute einfach! Oh nein! Ganz stark, Toro. Wir spielen drei Games, oder? Bo3! 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 Okay! Okay! Ich verlor! Oh! Er hat gut gerettet! Der war... Der war... Oh Gott! Der war gut gerettet! Auf welcher Taste leide ich denn? Auf Shift, okay! Auf Shift, ja! Oh! Der war gut gerettet! Der war gut gerettet! Oh! Huh! Ich druggel den! Ich center den für dich! Der kommt! Edo, der kommt! Edo, der kommt! Nein! Nein! Geblockt! Denli! Los jetzt! Fuck! Dran vorbei! Nein! 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 Der hat nicht gelockt! Nein! Boah! Gar kein Problem! Der hat dich nicht unterstützt, ey! Das war my bad! Das war absolut my bad! Okay, Edo, du fährst! Ja! Komm her! Okay, ich hol mir kurz nen Boost! Hab ich? Hab ich? Bin so ready! Bin so ready! Hä? Oh, ich hab mir bescht! Edo! Ist einer! Nein! Ich bin und durch! Nein! Ich bin und durch! Da bin ich und durch! Ich bin und... Oh, man! Das war meiner! Du hast doch nen Doppelsprung, ey! Neon? Ich fahr, oder? Äh, ich fahr! Ich fahr! Okay, warte! Oh, der hat ihn geblockt! Ich hole einen Boost! Was ist Viereck? Ah, das ist Leiden, oder? Was macht der X? Was? Oh Gott, ich würd so gerne mit Gamepad spielen! Oh, das ist heiß! Ich geh mal ans Tor! Heiße! Du boostest weg! Nein! Fuck! Geh zurück! Geh zurück! Ich bin so ready! Ja, da komm ich los! Oh, ich muss weg mit dir! Oh, ich muss weg mit dir! Ich muss weg mit dir! Ich muss weg mit dir! Los, los, los! Das ist ein Drache! Du hast die Taro! David! Ja, ich hab ihn! Ich hab ihn weg gemacht! Komm her, Rächer! Ah! Oh! Oh! Edi, zurück! Edi, du Schweine! Du bist so langsam! Du dreckige Pottsau! Nein! Nein! Ich hab mir gerade an die Nase gekratzt! Verdammte Scheiße! Edi, du machst noch nie so gut! Ja, Mann! Ich bleib hinten! Oh, fuck! Oh, ich hole den! Ich hole den! Do it! Do it! Edo! Nein! Ich sag nicht, Uli! Sorry! Ich dachte, ich hab meine Chance gerochen! Ich war zu greedy! Ich war zu greedy! Ich war viel zu greedy! Ich war viel zu greedy! Ich war schon mal eingesprungen! Aber es sah so gut aus! Und jetzt ab! Ab ihn! Ich muss sie nicht! Oh, Rächer! Los! Wie es leid ich! Oh Gott! Nein! Oh nein! Ich bin vorbei! Edo! Defend! Nein! Scheiße! War doch gut! Ich hab ihn doch weg gemacht! Ja, ja, ja! Haben ihn berührt! Haben ihn berührt! Okay, ich konter! Der kommt! Rain! Oh Gott! Oh, da seh ich mich! Nein! Toro, du Penal! Warum? Ich wollte ihn! Warum tust du das? Ich hab ihn doch drinnen! Au! Nein! Ich hab dich verklickt! Oh, ich bin nicht da! Mann! Ich brauch dich gar nicht! Toro, warum? Ja, ich dachte, ich wollte ihn von hinten so klicken! Ich war doch dran! Der wär drinnen gewesen! Okay, Konzentration! Ich fahr jetzt! Ich fahr jetzt! Hallo, hallo! Bleib doch hinten! Kann ich fliegen? Ah, so ein bisschen! Weiß die Richtung! Ja, wie ist dein ich denn? Ah, mit... Okay, LB! Oh! Hol' ich, hol' ich! Das ist so krass! Nein! Nein! Er geht da nicht rein! Ganz ruhig, du hast ganz viel Zeit! Ganz ruhig! Fein! Scheiße! Nein! Die hab ich dir auf den Kühler gelegt, Edo! Leck mich doch am Arsch! Ja gut, das erste Game ist weg, aber... Übe ein bisschen! Eine Minute! Vier Tore! Du fährst! Geht alles! Geht alles! Oh, Alter! Da rächt ja! Nein! Los, Leon! Freie Fahrt! Ganz ruhig! Alle Zeit der Welt! Ah, der kommt nicht! Hast du ihn? Nice! Oh! Gibt's in dem Game eigentlich keine 144 Frames, oder warum? Läuft das so schwierig? Äh, ich hab 144 die ganze Zeit! Konstant! Komisch! Läuft das bei mir so komisch! Läuft irgendwie V-Sink oder sowas an? Jaaa, aber der läuft bei mir ja bei 144! Oh! Ach du, okay! Ah! Mann, vorne! Komm, Edo! Ich push dich! Geht! Geht! Toro! Jaaa! Ah! Okay, okay! Okay, wir müssen uns ein bisschen mehr absprechen, wer hinten steht und so! Gerade am Anfang! Wir brauchen auf alle Fälle einen Dorschütz, äh, einen Torwart! 27 Sekunden! Never gewappt, never surrender! Das können wir doch gewinnen! Wow! Marade! Oh, ich bin vorbei! Oh, die auch! Jaaa, scheint er hier doch damit vernünftig! Kennst du? Oh Gott, der ging ja direkt dran vorbei! Fuck! Nein! Scheiße! Alter, mit der Spitze! GG! Das war ein schönes Tor, guck mal! Leon, ey! Was ein Lupfer, ey! Oh, sehr gut! Ei, ei, ei! Das müssen wir jetzt gewinnen! Haben wir nicht gesagt, die Leute dürfen sich keine Games aussuchen, die sie gut können? Nein! Alter, wir wollten das eigentlich schon mal bei 2 nehmen! Nice! Äh, ich glaub das geht automatisch, ich hab random eingestellt! Warte mal, Rächer, übrigens, guck mal auf die Punktzahl, ne! Ich möchte noch mal kurz erwähnen, wer hier, also... Just saying! Und Rächer ist Veteran! Just saying! Just saying! Wollte ich nur mal... Wollte ich nur mal... Ja, vor 3 Jahren mal! Ja, ja, ja! Ich muss erstmal mit der... Warte mal, das war springen, das war boost, alter! Das ist aber auch wild! Erstes Mal gespielt heute, Toro schon 300 Stunden da drin, weißt du? Da geht's wieder los hier, Chat, da geht's wieder los! Da wird man wieder im Stich gelassen von seinem Teammate! Oh, Edo muss bereit machen! Achso, sorry! Wieso hast du dich auch darauf eingelassen, mit Toro zu spielen? Ich weiß das auch noch nicht, die Idee war... Äh, 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 äh! Wir sind ein Team! Blau oder orange? So sag ich aus! Wir gehen orange, ich vertrau auf orange, komm schon! Ich fahr vor! Okay, Edo! Du fährst hier! Du bist noch mal weiter weg, ne? Ja, dann fahr du vor! Ja, fahr du! Na, 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 na! Die Meute feuert uns schon an, hörst du das? Ich rein, Leon! Ah, ja! Hab ich gekauft! Fack! Der fliegt, ja! Uh, gute Parade! Ah! Der ist noch heiß, Edo! Ah, der ist drin! Ah, der ist drin! Let's go! Ich muss aber eingestehen, die beiden anderen Spiele, die wir heute spielen, habe ich heute runtergeladen, ich habe sie noch nie gestartet! Ich hoffe, die funktionieren! Ja, das geht! Oh, da hätt's hinterher sein müssen! Okay! Hoppla! Ganz ruhig aggressiv gehen erstmal! Das probiert, du voll gefailt! Geht und gebounced! Recher, geh weg! Mann! Der muss doch raus, doch! Scheiße! Der nächste ist weggeprallt! Ich bin dran vorbeigefahren! Dizzy, du musst angreifen! Ich bin vor! Ich geh, ich geh! Gott, was war das denn? Der kommt, der kommt! Oh! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Edo, du bist ein Tänzer, was soll ich sagen? Was ist denn da für ein Cheat? Natürlich tut das weh! Du musst fahren, Dizzy! Gehst du oder? Ach, ruhig! Oh! Fuck! Ich bin hinten im Tor! Mann! Nein! Der kommt jetzt mittig! Ich warte noch! Ich denke, man kann Double Jump! Ja, mit A in dem richtigen... Oh, das gleit noch nicht klar! Oh, okay! Hau weg! Hau weg! Nein! Oh nein! Ab dagegen! Ich bin im Tor! Kommt jetzt wieder? Nein! Oh, der geht! Oder der geht! Der geht! Ja, der geht! Der hat den einfach rüber gelupft über mich! Oh, das ist schon... Ich muss eh da! Ich muss eh da! Oh! Ach! Ich muss jetzt nachziehen! Ich weiß, das ist ein bisschen doof! Hau den weg! Nein! Nein! Wir sind so... Das ist halt so... Das ist halt so... Wir sind so rappt! Nein! Ich hätte sagen, wir müssen fliegen! Ich auch! Wieso haben wir die Star Wars 2 genommen? Es hätte genauso ausgesehen! Ja! Ey, ganz ehrlich, ich... Also, ich geb hier schon mein Bestes! Ja, aber du spielst ja mit Toro zusammen! Ja, eben! Das ist ja eben das Problem! Das ist ja eben das Problem! Der macht ein Eigentor! Was denn für ein Eigentor, du Arsch! Ich stand jedes Mal, wenn die hier angekommen sind in der Kiepe drin, du... Guck, der Panja, ey! Er hängt ja nur hinten drin in ein Feigestück! Komm jetzt raus aus dem Tor! Dann zieh doch wenigstens mal nach, um Tor zu machen! Ich wollte doch gerade nachziehen! Guck dir das mal an! Und dann fährt er einfach durch und zieht sich komplett aus, ey! Du bist der schlechteste Scheiß-Gamer auf dem Planeten, den ich kenne, ey! Das stimmt gar nicht! Doch, bist du! Nee! Doch! Der Zweitschlechteste! Und dann fährst du da auch noch wieder vorbei! Wir haben schon sechs Tore! Wenn die Tore da vorbeifährt! Ihr guckt dir das mal an, jetzt! Tschüss! Maka, wie alt bist du? Ach so, 40. Stimmt, deine Augen funktionieren nicht mehr! Gerangel in the Jungle, ey! Ja, Gerangel ist auf jeden Fall da! Scheiße! Schöne Powerade! Ja, was soll ich denn machen, du Pfeife! Wir kriegen den Planären-Treffer! Das Erste hätten wir noch holen können! Das liegt an dir! Du hast letzte Woche nicht mal Golf in performen! Komm, Leon, wir dürfen ab jetzt nicht mehr springen, okay? Nein, ihr spielt jetzt ordentlich! Wenn wir eine Niederlage kassieren, dann richtig hier! Na gut, na gut! Schön, Toro! Toll! Super! Hab ich's abgewehrt! Bitte! Und, hast du? Hab ich! Guck mal, ich spiel mit uns! Ich spiel nicht mit euch! Wir spielen gar nicht! Doch, wir spielen schon mit euch! Rocket League! Oh! Toro! Toro! Was denn? Ich warte auf den richtigen Moment! Was denn für einen Moment? Auf den oder was? Ja! Weil die kriegen ja die Ballen in da vorne! Oh Gott! Ey, du hast ein taktisches Verständnis wie eine scheiß Ameise! Ey, du gurkst da vorne rum an... Ich verteidige die ganze Zeit, du Eimer! Hier, guck dir das an! Ich fahr mit dem Speed vorbei! Der Tripp den! Hau ab jetzt! Seh hier! Guck mal, der Edo macht wieder Luftschlangen! Hau ab jetzt, Edo! Oh! 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 Gut gemacht, Leon! Schönes Tor! Oh, Tor und Brecher! Das war mein Tor! Ich hab' Edo dagegen! Ich hab' Edo dagegen geschubst! Mann, ich wollte die Dings anstoßen! Ich hab' Edo dagegen geschubst! Guck dir das an, jetzt! Spitzer spielen! Ich hab' das Tor gemacht! Ja! Gutes Tor, Leon! Oh Mann, ey! Warum fährst du'n scheiß Buhs ein Sammel?! Das war Taktik! Jetzt hab' ich Edo auseinander gebracht! Jetzt hab' ich ihn angestoßen! Und du bist dran vorbeigefahren! Und jetzt könnt' die nämlich hier wieder ihren Scheiß machen! Sehr schön! Ne, wird nix! Oh nein, der ist frei! Ja! Den kriegen wir noch! Den kriegen wir noch! Nein! Das nächste Format für Dizzy schreit Toro an! Ja, da seh' ich nicht! Das guck' ich auf jeden Fall, ey! Zack! Parode! Ach! 8-1! Was für eine Blamage! Das wird doch jetzt nicht besser! Das wird doch jetzt nicht besser! Also wir warten im Prozenter! Guck' mal Leon, Traitor! Siehst du? Also ich hab' mehr Punkte als du! Diese Runde warst du besser! Ich muss mit dir gerade hier zurecht kommen! Ja, die Runde! Überleg' mal! Die ganzen drei Spiele vom letzten Mal, da hast du gar nicht performt! Nichts! Ey, das kann doch nicht sein, dass jedes Team ins große Finale kommt, Toro! Ich bin! Ich bemühe mich doch! Schreib' mich nicht an! Doch! Ich will einfach nicht mehr mit dir spielen! Ich kann das einfach nicht mehr! Du kannst auch Bio 5 machen! Danke, Leon! Das ist echt lieb von dir! Aber nee! Ist okay! Okay! Also das war jetzt das erste Games von drei! Wieso? Wir sind noch nicht fertig! Wir haben noch eine dritte Runde! Ich will die spielen! Let's go! Ich möchte, wenn denn richtig, einen Arschwoll kriegen hier! Okay! Wenigstens! Das alles muss da sein! Ich muss! Sonst kann ich nicht gut performen! Blau gehen wir jetzt! Raus da aus dem scheiß Orangenteam! Das ist kacke! Pass auf! Wenn wir jetzt gewinnen! Ich will Wurzeln! Wir hätten die ganze Zeit blau nehmen sollen! Hab' ich doch gesagt! Okay, Leon! Ich bleib hinten! Zehn Tore! Zehn Tore! Eins! Oh Gott! Das wird nicht eins! Ah shit! Sehr gut! Ich bin ein bisschen hochgekommen! Fahr' zurück! Oh! Der kommt doch! Ich hab busy gespielt! Nicht den Ball! Ah fuck! Entschuldigung! Geh' du! Nee warte! Nee warte! Okay shit! Alter ich bin... Leon! Freies Tor! Da! Nein! Du musst halt... Du musst halt hochboosten damit du da hochkommst! Ich geh' schon! Hui! Fuck! Na oh man ey! Wieso springt man da... Das war mal der! Alter wie ich... Er ging auf mich! Warum springt das Auto denn nicht so hoch wie eure? Du willst quasi wenn du mit dem Arsch zum Boden stehst du willst du boosten! Ja! Oh mein Gott! Dann kapitiert es sich nur nach oben! Ja das Problem ist fliegen ist nicht! Ich geh' Oh! What the fuck! Die haben mal getäuscht! Ich bin nie! Ich dachte ihr spielt den von den schönen der Luft abfangen! Guck mal Edo hat mich richtig ausgetrickst alter! Ja ich bin vorbeigesprungen! Ja! Das war stark Edo! Ich hab' nicht mal Absicht! Ich hab' die Taste nicht gefunden! Der Toro hat sich selbst ausgetrickst! Das war nicht meine Absicht! Oh! Kannst du den nehmen? Hä? Oh Junge! Ja! Toro! Oh nein! Nein, nein, nein! Wo bist du? Ich bin nicht so kotzer, ich kann das nicht alleine, ich brauch dich! Fuck, er fehlt! Sind sie zurück? Nee, hab ich! Starrig, Idiot! Oh oh, hast du ihn? Nein, uhuhuhuhuhuhu! Ah, schade! Ach so, tack, dass du kommst! Alles gut, alles gut! Wir haben noch 6 Tore vor uns, dann müssen was passieren jetzt hier. Ah, jetzt haben wir liegen das drin, hab ich gehabt. Eise. Komm, Edo. Hier in die Mitte. Was? Oh, ich muss, Risi hat mich gespielt. Oh, da seh ich mich! Fuck! Oh, der kommt gut! Ah, der geht fast n! Nee! Wieso nicht? Gott! So, ruhig dir den, hab ich vorgelegt. Weg da! Oh! Nein! Nein! Nein, ciao! Oh! Langsam kommt hier rein! Ah! Steinsparade! Halt mich! Nein! Da war der Gut! Ja! hätte ich eben bleiben müssen naja aber es ist jetzt nicht 10 0 das schon mal gut du musst dir sie gehen 10 0 wir müssen fünf tore machen wir haben ein bisschen zeit sehr gute sie warum hast du den wieder zurück gespielt noch du hast ihn doch wieder zu unserer seite gespielt weil du volle lotte drauf gefahren bist du fährst gespielt auch nicht gut 47 und los kriegen die nicht kriegen die nicht noch zwei noch sieben 30 sekunden wir waren beide sehr schön aber das hat den ja auch nur einer noch 25 sekunden mann ich gehe den kriegt ihr nicht den kriegt ihr nicht das wäre anders und da stand explizit drinnen keine maingames das ist ja gar kein main game ich habe das spiel das letzte auch vor drei jahren gespielt ja ja vor drei jahren habe ich das spiel 400 stunden wir haben nur einstellig verloren ja das war eine starke team zusammenarbeit wir wurden zerstört das ist okay das ist nicht da kann man auf jeden fall festhalten tors performance war halt auch nicht so stark ne man muss aber auch sagen endlich hat toro im vierten spiel auch mal teilgenommen weil in allen anderen spiel hat auch nicht teilgenommen ihr lacht es ist eigentlich gar nicht so witzig er hat in allen anderen spielen nicht aber jetzt ging bis da muss was gehen ja 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 okay das spiel habe ich wirklich noch nie gespielt ich habe das heute gekauft gut ich habe ich einmal bislang gespielt ich habe da hier ich könnte ich kann nachgucken last two weeks 0 minuten insgesamt 0 minuten ok das wird doch wild wir müssen erst mal gucken was wir da haben für einen gamemodus auswählen oder so spielen wir das mit spielen wir das mit joypad ja ja dann spielt ihr beide schon mit kastatur das geht glaube ich gar nicht ich habe eigentlich dieses spiel aber ich muss erst mal kurz starten also ihr könnt auch eure kostung was passiert ihr könnt auch eure spielfiguren so ein bisschen anpassen könnte mal die steuerung angucken gibt es das spiel auch am anfang am anfang ja kannst du einstellen in der einstellungen stömer wo sind jetzt das game das mal ein ziel umstellen nicht gut ja wie funktioniert mein game hat gerade morgen liegt gar nicht am arsch ja leon wir haben ein bisschen verfahren versagt leon in unserer spielwahl ich habe ein bisschen schlechtes gewissen hast du ach quatsch ich soll es doch nicht haben doch schon ein bisschen ach quatsch wir haben extra eins rausgesucht wo wir dachten so das könnte fair werden ist so ok ist so nicht schön ja dafür kriegst du jetzt ein game besides auf die schnauze ja das glaube ich ja auch nicht ähm so warte mal spring space left control spielt ihr das in 1080p oder 1440p 4040p ich spiel das in 2k jetzt muss man nur allerdings ist es richtig wild ach so also wenn es mit maus und du kannst es mit maus und kastatur spielen das geht mein controller funktioniert im menü irgendwie nicht ihr müsst aber direkt erkennen eigentlich ja ich kann hoch und runter machen aber ich kann kein mix und y testen ja rocket league war ja wirklich das waren 17 gigabyte aber ganz schnell durchgespielt hätte keiner spiel lohnt sich spiel mal weiter vielleicht bist du jetzt gehuckt vielleicht wirst du der nächste rocket league pro ne 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 Russ gut sein, ey. Ja, eben. Mit der Keule rumschwingen bin ich gut. Stimmt, im Reden ist Togo sehr gut. Sehr gut. Keinem steht ein Eimer so gut wie ihm. Das darf man nicht vergessen. So, ich guck mal, ob ich wen einladen kann hier. Tore, ich lade dich mal in die Lobby ein. Ja, Moment. Ja, ich hätte hier nochmal... Warte mal, irgendwas habe ich falsch gemacht. Nicht falsch gemacht, ich wollte nochmal... Habt ihr den Rächer, also Edopi und Leon? Ich habe Togo geadet bei Steam. Ja, dann kannst du ihm nachjoinen, geht das, Leon? Muss ich dich erstmal annehmen. Ich habe dich angenommen. Bei Steam? Ja. Also ich glaube, du musst nochmal auf den Haken klicken. Weil bei mir ist noch einladen und gesendet. Gucken wir mal nach. Muss ich nämlich zweimal bestätigen, ey. Bei Steam. Ah, stimmt, ja. Jetzt. Weiß ich nicht, Budi, keine Ahnung. Vielleicht ist heute irgendein größeres Event irgendwo. Also Stream war generell ab einer gewissen Zeit heute relativ ruhig. Also ich schätze mal, irgendwas Großes findet statt irgendwo. Wahrscheinlich. Ich habe gesteht. Alle Worte, der Wetter. So, da. Will beitreten. Ich bin dran, glaube ich. Ja, geil. Ich muss mal, oh scheiße, ich muss mal ganz schnell so ein Kostüm machen. Da macht ihr doch einen Charakter, ja. Kann man euch mal ganz schnell. Ähm, wo habt ihr eigentlich das toll gemalte Logo, ja? Ich habe das gerade mal eingeblendet. Das ist vergessen, ja. Das ist ja nicht will. Äh, das hat, ähm, mein Hausgrafiker sozusagen gemassen. Sieht cool aus. Ist das aber, ist das Schakkes? Nee, das bin ich und das ist Dizzy. Du kleine Stück. Ich werde ihn so über die Kante springen lassen jetzt. Hä, was? Ich kann nicht mehr folgen. Wer hat das Logo gemacht? Edo, wie lange brauchst du noch? Achso, du hast gefragt. Ich dachte... Hä? Oh nein. Ich wollte wissen, ob Schakkes das Logo gemacht hat. Sieht so Schakkes-Style mäßig aus. Okay, okay. Einer der Köpfe sieht aus wie Schakkes. Nee, nein. Ich glaube, Schakkes... Das hat mir irgendwie so ein bisschen... Hat auch jemand da im Chat gesagt, weil es von Schakkes kam, weil es so ein bisschen aussieht wie Schakkes-Style. War das noch lange, Edo? Nee, das ist von so einem Gofi gemacht. Ah, okay. Mir sieht gut aus. Kann zum Ausrichten gefällt den Leuten sehr gut. Und ich finde es auch sehr hübsch. Edo, brauchst du noch länger? Ähm, nein, ich bin fertig. Achso, ich frage nur, dann wäre ich schnell schmückern gegangen. Nee, alles gut, alles gut. Oh, kein Scheiß. Oh, oh. War das eben so hart, dass du so einen rauchen musst? Ja. Du kannst, wenn du möchtest, dann geh ich ganz schnell, weil ich muss mich erfrischen. Ich will nicht verlieren, verstehst du? Mach das mal, ich geh noch mal Pipi machen. Ich hab große Hoffnung, dass Toro jetzt endlich mal carried. Na, dann solltest du zwei rauchen. Wow, danke. Ich geh einfach. Aller Edo, du bist heute aber richtig... Du schießt ja in jede Richtung. Ja, aber das bin ich... Er schießt halt richtig. Bin ich aber immer. Ich bin irgendwie so competitive. Und alte 4, in alte 4 könnte ich die blind schlagen. Alte 4, ne, weil du da so ein bisschen hier so... Es ist ja auch kein Competition in das Game. Bitte? Wir sollten eine Mindsweeper an. Sagst du? Hä? Du sagst blind, schlägst du uns. Wer, ich? Nee, Toro. In alte 4 habt ihr keine Chance. Ja, das war's ja gut. Das ist ein Safe-Goal. Also das tut mir leid, aber nein, einfach. Er fordert mir auch nicht raus. Der Try-Hard, das wird kein Monat. Also wenn ich den Pistol-Skip durchbekommen, also reinbekomme, dann würde ich dich wegmachen. Du kannst ja noch nie mal den Blade-Skip. Ich geh mal kurz drüber. Ja, siehste, so. Fängt ja schon an. Fängt ja schon an, Leon. Du läufst ja noch die Mauer hoch. Das rief mir schon gar nicht mehr an. Du brauchst ja, du brauchst ja ein bisschen Vorsprung. Also, ich hab auch schon eine 2,38er-Zeit gelaufen, aber das war dann eher so, weißt du, da bin ich einfach komplett schon über die Mauer, bis hin zum Ziel. Mit dem Skip, den Mega-Jump, ne? Jaja, aber der war anders Mega-Jump. Gibt's ja eine FPS-Skip. Ja, genau, genau, den meine ich. Aber die Zeiten zählen ja nicht, leider. Weil es gibt halt Trägerpunkte auf der Karte, ne? Also, du musst sozusagen, äh... Gewisse Zonen durchschreiten. Genau. Ah, ja, ja. Und das zählt. Ich glaube, Fische, Schilf, Brücke, äh, Mauer oben. Ja. Und dann eigentlich die Pistolenschüsse. That's it. Aber könntest du... Nee. Ich muss mal überlegen. Es gibt diese eine Plattform, die rumklappt vor den Fischen. Okay. Ob man die benutzen könnte. Nee, die katapultiert dich bloß irgendwie nach oben in die Decke. Ah, okay. Toro? Ja? Bist du bereit, Baby? Jetzt als Team. Du und ich. Jetzt als Team, ja. Gemeinsam. Wir zerstören sie jetzt, okay? Du hast schon geraucht. Draußen, du. Ich? Mange, ich bin heiß. Ich will ran jetzt hier. Ich möchte jetzt glänzen und in Hand Simulator auch. Okay. Ich hätte richtig Bock auf Hand Simulator. Egal wie es ausgeht, lass uns trotzdem Hand Simulator spielen. Ja, das machen wir. Ja, wir spielen alle drei Spiele, ja. Okay, sehr gut, sehr gut. Also Dizzy, du bist ja Lobbyboy. Wir müssen jetzt erstmal kurz hier... Gedo müsste doch über Leon joinen. Leon, den Weib ich mal. Du kannst einfach richtig auf meinen Namen und dann... Ah, genau. Äh, join game. Okay. Können wir die Farben irgendwie ändern? Also... Ja, du kannst... Du kannst... Ah, nee, dann müsst ihr nochmal... Ah, perfekt. Bin ich jetzt blau? Ich will nicht blau sein. Siege machen wir jetzt drei. Ich will blau sein. Level ist zufällig. Gang. Könnt ihr ja Teams messen? Aber wie? Weiß ich gerade gar nicht. Ach, da oben. LBRB. Warte mal kurz. Geht das irgendwie? Nö. 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 Geh, nein. Äh. Nutzer definiert. Jetzt könnt ihr irgendwie ein Team joinen? Ah, einreichen. Es gibt das nur Hände. Was zum Geier? Jetzt bist du nochmal drinnen. Du bist geklaut. Das bin ich gerade. Warum waren wir eben gerade zu fünft? Okay, jetzt haben wir einfach... Wir haben jetzt einfach beide das Outfit an. Das reicht ja. Dann wissen wir das. Nein, mein schönes Recher-Outfit. Ja, das ist jetzt... Geht leider, glaube ich, nicht anders. Wollen wir so reingehen? Nee, wir müssen doch irgendwie noch eine Gang aufmachen. Oder nicht? Irgendwie kann man noch Teams joinen. Ach so, warte mal. Hier, Recher hinauswerfen. Nee. Ich sehe das gerade nicht, Leute. Hä, wenn ich A drücke? Was passiert hier? Ich kann jetzt schlafen. Dafür ist das Profil dann von jemandem. Hä? Wie du? Wie hast du jetzt das Team gewechselt? Ja, weil er... Weil er... Ich habe A gedrückt. Einreichen. Was ist das denn? Was heißt das denn? Hä? Ich bin auch gerade maximal... Äh... Weil du mit der Maus und der Tastatur gedrückt hast. Deswegen bist du zweimal drinne, Alter. Äh... Ach so. Warte mal. Scheiße, warte mal. Da muss ich aber raus hier. Oder wie? Aber du bist jetzt blau. Du bist jetzt blau geworden. Ah, hier. Wie? Okay. Ich weiß, wie man es hinkriegt. Ich lasse. Wie? Ähm, wenn du eine Kontrolle an der Hand hast. Ähm, LB oder RB, wenn du die Arme nicht oben hast. Du musst erst B drücken, abbrechen. Ah. Oh. Ey, warte mal, Leute. Will ich jetzt mit Tastatur oder Maus drin? Wie mache ich das? Woher weiß ich das? Wie macht das? Wie macht das? Ich bin aufgeregt. Ich habe Angst. Ich gehe nochmal neu rein. Das ist mein Kostüm. Okay. Ja, ja, ja. Okay, so geht das auf jeden Fall. Ich bin die Kuh. Da sehe ich mich. Okay. Nice. Jetzt ist, warte, Panda, du bist jetzt gelb. Du musst jetzt eigentlich blau werden, glaube ich. Aber wie wäre ich denn blau? Ach, so. Ah. Und E, du kannst, nimm mal die Arme runter. Wo mache ich das? B. Und dann kannst du mit dem linken Stick Kostüme auswählen. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Alter, Leon. Das eine hat zu dir. Das passt. Das passt. Das passt. Oh. Ey, wollen wir als Rick und Morty gehen? Wollen wir als Rick und Morty gehen? Nicht der alte Sacken. Wollen wir als Rick und Morty gehen? Wo bin ich den? Dann wollen wir nach rechts? Noch einen? Noch einen. Da. Ich will nicht Morty sein. Du bist auch nicht. Ich will Rick sein. Oder nicht Morty. Ich bin mal Morty. Okay. 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 Wir gehen ja erstmal in die Spielräume. Ich habe zwei Siege oder drei Siege. Und dann rennen wir erstmal rum ohne und dann bestimmen wir erstmal, wie das jetzt ablöst. Nee, das machen wir jetzt. Wir haben drei Siege. Bin ich außer eben jetzt? Ja, wir brauchen jetzt eine Challenge. Ja. Okay. Edo, eine Challenge. Ähm. Könnte nicht die Challenge sein, mir die Steuerung zu erklären? Ich weiß nicht, was ich hier mache muss. Ich weiß nicht, worum geht es überhaupt? Ist das ein Rennspiel? Ähm. Sagen wir so, es gibt verschiedene Level und äh, du kannst welche runterschmeißen, du kannst welche ausknocken, irgendwelche Monster können nicht greifen, I don't know. Oder wir landen auch auf irgendwelchen Autos. Und von der Map zu werfen im Prinzip. Okay, das heißt in der Arena, ich muss jemanden rausschmeißen. Genau. Und kann man hier springen? Ja. Also, kann man überhaupt springen? Ja, ja, man kann springen. Kann man so eine Challenge machen, von wegen, ihr dürft nicht springen zum Beispiel? Es fällt mir schwer, eine Challenge auch zu denken, weil ich das Spiel nicht kenne. Das ist schwierig, weil es Level gibt, wo du springen musst. Ja. Ich weiß nicht, bei den Link ist eine Challenge schwierig. Ja. Es ist halt so schon ziemlich schwer, wie Hensi überlegt. Ja, ja. Ich wollte ja sagen, die Challenge ist, äh, die Challenge ist, Toro hält sich einfach komplett raus. Aber das wird es für Nies noch einfacher machen. Scheiße, kurz. Ich hab, ich hab ne Challenge-Idee, ich hab ne Challenge-Idee. Ja, okay. Zum Start muss, gibt's immer ein One-on-One. Also man hat immer einen direkten Kontrahenten. Oh, okay. Also nicht mit zwei auf einen. Genau, nicht zwei auf einen. Okay. Sounds good. Immer One-on-Ones. Aber was heißt zum Start, wie lange geht das denn? Naja, also mit bis einer von den beiden halt draußen ist. Dann kann halt 2v1 gespielt werden, aber solange noch beide Teams haben. Okay. Das ist voll komplex. Ja, es wird ja automatisch ein 2 gegen 1, wenn einer davon stirbt. Na, also ist das schon cool. Nicht, dass wir gleich zwei auf Panda gehen, der die Steuerung nicht drauf hat und den einfach rauskegeln oder so. Und wir machen halt nur One-on-Ones, das heißt. Ja, also so Fight Club mäßig. Ja, genau, wir könnten Fight Club Challenge. Okay. Noch ein Fight Club Challenge. Nur One-on-Ones. Okay. Selbst wenn einer von euch zum Beispiel rausfliegt, kann der andere immer noch beide von uns dann besiegen. Oh, Alter. Okay, das ist übel. Okay, let's go. Das macht's doch für uns beschissener Leon, aber okay. Ach, Edo, das kriegen wir hin. Ich start... Oh, Leon, Alter. Der Botchen war Spirit kommt durch. Okay, ich starte. Ich starte, ja? Okay, let's go. Wir gucken erstmal, was für ein Level kommt. Auf welche Taste springe ich, auf welche grab ich? Das kannst du ja gleich nochmal rausfinden. Ich glaube, die Buttons, also LBRB, sind zu begreifen. Hoffentlich muss ich 1v1 gegen Toro machen. Ey, Toro, bitte lass mich nicht im Stich, okay? Warte, 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 ich muss jetzt mal gucken. Warte, wie sprich da? Warte, Sekunde. Ich laufe, okay, warte, meine Maus ist irgendwie. Hä? Halt, stopp, bei mir funktioniert gerade nichts. Du kannst, warte mal kurz, halt, stopp, hör mich mal auf zu halten. Ich könnte mal nochmal die Arme machen. Wir werden hochgedings gleich. Ich halte dich, Edo, ich halte dich. Oh, oh, oh! Rot gewinnt! Rot gewinnt! Easy! Alles klar, prima! Easy game, Alter! Easy game! Ich wurde einfach eingesogen! Easy game! Und du sagst doch, guck mal, hier durchhalten, ich will zerstören, wie die Jobs. Ah, easy game! So, warte mal, warte. Okay, one on one ist jetzt hier oben. Warte, 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 warte. Wie grab ich nochmal? Mit LB, RB. Lederarm, rechter Arm. LB, RB. Warte mal. LB, RB. Ich muss mal probieren, was zu sehen. Oh, Gott. Hä, warte mal, ich muss einmal die Störung überqueren. LB, RB. LB, RB. LB, RB. Der hat mich! Er spielt doch noch nicht, oder? Hinten wir! Ne, ne, ne! Es war ein Fight Club Challenge! Komm her, Tora! Ich weiß nicht, wie ich boxte. Lass mich los! Box ich! Ey, ist das jetzt schon offiziell? Ich dachte, wir haben die Staurohr noch nicht geklärt. Tora, bist du so tot! Gib auf! Nee, du musst mich schon... Ah, du Penner! Toro? Komm doch! Uh, hier bin ich! Mann! Oh! Ja! Ja! Nein! Aber er liegt ungünstig! Er liegt ungünstig, der Leon! Er kommt da! Ich bin raus! Komm her, du! Nein! Nein! Gehst du Kopfnuss? Lass du boxen! Ich brauch dich eigentlich! Ach so, oder? Nee, du box ich! Hör auf mich zu erwürgen mit meiner eigenen Arbeit! Echt? Echt? Warum schlägst du mich selbst? Nein! Halt mich nicht fest! Gehst du Kopfnuss? Nein! Nyon, scheiße runter! Nein! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Zieh ihn runter! Zieh ihn in den Tod! Nimm ihn an! Ja! Nein! Nein! Hol ihn dir! Nein! Ich hab vorbeigegriffen! Mit springen kannst du dich hochziehen! Oh Gott! Mit AA glaub ich! Nein! Nein! Wir haben noch nicht angefangen, oder? Das ist ne Testrunde, würde ich sagen! Genau, genau! Lass uns noch mal eine Testrunde machen! Ich will einmal versuchen, jemanden zu grabben! Ich hab glaube ich gerade RT und LT gedrückt! Statt RB! LB und RB! Warte mal kurz! Ich muss gerade mal hier viel zu lauter spielen! Und ich versuch mal, Leon, komm mal her, zurück mal zu grabben! So, okay! Linke Hand und rechte Hand! Das heißt, ich kann zwei grabben, oder wie? Ja, 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 ja! Warte mal! Und dann benutzt ihr euch das? LBRT, dann den Stick und sonst? Also, ähm, lieber einen Hass, kannst du Y drücken, dann kannst du den Arm heben. So kannst du jemanden hochheben. Aha! Äh, mit X kannst du treten. Aha! Ich weiß nicht, wie man boxt gerade. Warte mal, ich versuchte ich mal hochzunehmen! Was machst du denn? Lass mich ausprobieren! Hör auf mich zu grapfen! Warte mal her! Ich bin sicher! Hör mal auf! Dizzy! 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 Der verliert mir das! LBRT, drücken jetzt Boxen, gedrückt jetzt werden. Warum kannst du mich so weit tragen? Aber ist gut für dich. Hör auf da jetzt! Alter! LBRT, drücken einfach, dann Boxen. Nee! Ah! 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 Oh! Ah! Oh, wie tut der Paar? Sehr herrlich. Gute erste Runde. Man, wie schlägt man denn? Äh, LBRT, drücken. Nicht halten! Oh! Ich will den Nasenring. Nein. Aua! Ich rette dich! Rette mich! Ich rette dich! Warte, wir gehen gleich gleich wieder gut. Wir boxen die. Ja gut, wir gehen die. Aua! Toro, rein mit dir. Ich bin nicht gut. Warum hältst du dich denn an mir gefällt? Toro, ich box nicht um. Nein, hör auf da jetzt! Nein! Edo, du Penner! Edo, du Sau! Edo, halt mich! Ich kann dich nicht halten! Ich täte. Ich täte dir ins Gesicht. Gezogen! Es hat uns in der Hand gezogen. Warte, warte. Konnte ich irgendwie... Äh! Wir haben Boxen! Boxen! Der Kacken kommt! Der Kacken kommt! Boxen! Kopfnuss! Ja! Nein! Nein! Geh unter! Alter! Oh mein Gott, Bruder! Warte, scheiß auf den Bus! Mach was! Das Gute ist, Toro hat ne Tauchausrüstung. Oh! Der will nicht, Toro! Der will nicht! Der will nicht! Ich hab's untergetreten! Einfach vor sich das gehalten hat! Alles gut, Toro! Wir sehen uns in den Tiefen! Weg mit dir jetzt! Nein! Nein! Schön! Okay! Ich weiß, wie man sich hochziehen! Also ich hab's eben geschafft. Ich hab mich festgehalten. Dann konnte ich springen gedrückt zum hochziehen. Dann mit dem anderen Arm festgehalten und immer so weiter. Sind wir noch in der Festrunde, ne? Nee, das ist schon vorbei. Das war's! Jetzt kommt der Handzimmerater, GG! Kommt der B.O. 3, oder? Wir machen B.O. 3, oder? Wir machen B.O. 3, oder? Also ich würde einfach drei Siege machen, jetzt so wie eben. Okay, okay. Das ist aber eine shorte Runde. Wir könnten daraus halt auch ein B.O. 3 machen. Also dreimal 3 Matches. Das war gerade ein Match. Ja, genau. Dreimal 3, ja. So, genau. Machen wir es so. Also nur 1 gegen 1, ja? Wer runterfällt, hat Pech gehabt, ja? Sehe ich das richtig? Wer runterfällt, hat Pech gehabt. Okay, gut. Dann Attacke. Attacke. Gehst du zuerst in den Ring, Toro? Ich habe ein bisschen Angst gerade. Ja, denn soll ich gehen? Wir gucken jetzt. Ich meine, wenn der Platz genug da ist, kann man sich ja auch auf beiden Matches. Ja, man könnte auch zwei gleichzeitig machen, theoretisch. Nee, schön wir zugucken. Okay, okay. Okay. Edo, du gehst in den Ring. Okay. Ich geh hier rüber. Komm her, Edo. Ich mach dich fertig, Alter. Okay. Los, Edo. Hau mir aufs... Ins Gesicht! Edo ins Gesicht! Ja, ich drehe ihn! Edo, du wirst auch schlagen! Ich schlage ihn dir! Einstecken! Ja, ja. Das ist gut. Ja, die Kopfnuss! Nee, nee, nee! Was ist denn los? Edo, Sau, ey! Was ist denn los? Edo, jetzt hier! Edo, jetzt hier! Ja, gib ihm! Gib ihm! Oh, ja, tot! Oh, wie der mich dreht! Nein! 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 Ich leb noch! Er lebt noch, er lebt noch. Noch lebt er. Lebt er noch? Ja, ich glaub schon. Wo ist der? Ey, was ist denn hier? Ey, jetzt will ich raus. Scheiße! Okay, komm her! Warte, warte, ich muss... Ey, warte, es geht doch gar nicht los! Stell dich erst mal auf! Fuck! Und fight! Komm her! Ey, ich hau dir richtig ins Gesicht, Mann! Komm her, du! Komm her, du! Komm her, jetzt ins Wasser mit dir! Oh! Die Kopfnuss! Ja! Ja, Taro! Schön! Ich weiß nicht, wie ich ihn anhebe! Mit Y gedrückt halten und dann hoch mit dem linken Bumper! Edo! Ja, Mann, zieh ihm die Hose aus! Nein! Oh, shit! Oh! Kopfnuss! Na, auf! Fall runter! Ich tritt dich! Ich tritt dir auf die Finger! Alter! 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 Was ist ein Comeback? Nein! Oh doch! Alter, der lebt er noch! Komm her, du! Ah! Wieso lebt er da noch? Du hältst dich da ewig fest! Oh, schön! Toro! Akzeptieren Schicksal! Alter! Akzeptieren Schicksal! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ach so scheiße! Wir können gar kein 2v2 machen! Das ist ja richtig doof, eigentlich! Also 1v1! Wieso? Das dauert so lange! Obwohl! Das ist nicht schlimm! Das wird dann komplizierter! Ich bleib so lange leben, bis ihr was macht! Ich spreng hier so lange drauf rum, bis es kaputt geht! Warte, ich zieh dich einfach mit runter in die Tiefe! Nein! Blau gewinnt! Edo! Let's go! Let's go! Let's go! 1-0! Ich muss aber eingestehen, gerade habe ich Nils besiegt oder hat sie selbst besiegt? Das stimmt! Das stimmt! Das stimmt Edo! Ich habe mich gerade selbst gedinkt! Okay! Leon, gehst zuerst! Okay, ich geh zuerst! Gehst du zuerst? Du kommst runter? Okay! Ich bin runtergekommen! Hä? Ich bin... T-Toro! Ja, ich hab nur was passiert! Alles gut! Okay, wer kämpft von euch? Ja, Toro! Toro, komm her! Ich? Ich will gegen Edo! Nee, ich will gegen Edo! Ich geh rein! Komm, mach Leon fertig! Okay, auf geht's, Dizzy! Das ist wild! Ich muss heben dich! Komm her, du! Fuck! Nein! Ich hab dich! Nein! Komm her, du! Rein in die Lava! Oh, ja, ja! Oh, ne, ne! Komm schon, Dizzy, streng dich an! Du schaffst das! Nein! Halt dich fest! Ja! Okay, okay! Okay, easy, easy! Du bist in die Lava! Oh, sie ist in die Lava! Oh, sie ist in die Lava! Okay, let's go! Scheiße! Kawato! Yes! Nice! Nice! Häh? Edo? Edo? Jaja, alles gut! Box! 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 Du musst ihn wehren! Edo! Nein, nein, nein! Edo! Oh, nein! Okay, lebt es wieder auf! Ich glaube, je öfter man K.O. geschlagen wird, das länger liegt man da. Ja! Sehr gute Hits! Schön, Toro! Schön! Gute Arbeit! Ja! Nimm ihn! Nimm ihn! Nimm ihn! Nimm ihn! Steh auf, Junge! Steh auf, Junge! Schmeiß den Rodella! Mit dem Ellbogen ins Gesicht! Ins Auge! Do it, Toro! Wie kann ich ihn denn? Wie kann ich ihn denn werfen? Mit beiden Armen grabben und dann mit Y kannst du die Arme heben. Genauso! Gib mir ne Kopf aus, Edo! Oh! 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 Er hält sich fest! Hör auf da jetzt! Box ihn, Baby! Box ihn! Ich bin ihn! Ich erhält mich! Box, Box, du Slam! Edo, rein da! Oh! Edo, ich hoffe, du spammst die Tasten wie kein zweiter. Nein! Tomo! Come on! Box ihn! Oh! Du musst ihn einmal K.O. schlagen, Edo! Einmal K.O. schlagen! Dann hast du ihn! Ich weiß nicht, was schlägt! LB, RB! Einfach tippen! Einfach antippen! Einfach antippen, ja! Oh Gott! Edo! Warte, meine Finger tun schon weh! Edo, ich zeige dich! Ja! Ja, Toro! Ja! Geh auf, Edo! Wirf! Nein! GG's, ey! Was ne geile Runde, ey! Richtig gut! Alter! Ich weiß nicht, wie ich ihn wegschleudern kann! Das ist zu essen! Stark! Richtig gute Runde! Scheiße! Oh oh! Oh! Sieht aus, als würde sie aufgehen! Ja! Wer zuerst? Äh, Edo! Edo muss rein! Okay! Gegen Toro! Ich geh mal hier drüben hoch! Ach, sieh jetzt konnten! Oh, 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 oh! Edo gegen Toro! Ich kann nicht! Ich geh mal hier hoch! Edo gegen Toro? Mehr! Ich komm erst mal hier runter, Falkling! Und du doch hoch! Ich weiß nicht, wie es geht! Ja, mit A spring! Ach so! Au! Alter! Von die Wurst! Oh! Der Toro geht aggressiv! Ja! 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 Oh, das war so knapp! Oh! Oh! Nice, Edo! Der kommt ne Wurst! Oh, shit! Ja! Oh! Toro! Nice! Sehr, sehr gut gemacht! Stark! Jetzt wir beide! Wir beide? Okay! Naja! Warte, ich muss mir jetzt mal Sicherheit bringen hier! Bist du ready? Okay! Be ready! Auf gehts! Alright! Let´s go! Geboren hierfür! Scheiße bist du! Nein! Im nichst du schon? NEIN! Du schaffst das! Immer schön boxen! lma schön boxen! Jajaja! Ooohhh! Ne 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 ne! Da weg nicht hin! Ich Nederlandüber nicht hin! Oh, fuck! Nie! Machs sicher, machs sicher! Re앗t den hier in die Tode! Reicht den hier in die Tode?! Reicht den auf ihn mit der Tode! Ich kann ihn nicht greifen. Reiß ihn einfach an den Tod, Lissi. Lissi! Ja, ja, ja! 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 Schönes Ding, Leon. Krasse. Komm her, du. Warum dreh ich mich denn? Ich versuche dir den Hintern. Ja, natürlich. Weg mit dir! Ja! Er hängt noch, er hängt noch! Lass uns die Wurst regeln! Die Wurst kommt. Stark, Stark, Stark. Er klettert! Ich zähl dir auf die Finger. Zehn Runde! Jawoll! Ja! Ja! Ich versuche die Wurst! 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 Bist du wieder unentschieden, Alter? Wie krass! What the fuck? Oh Mann, ey. Scheiße! Ich versuche die Wurst! Oh mein Gott! Ich versuche die Wurst! Ich versuche die Wurst! Ich bin ganz heiser! Oh, scheiße! Okay, das wird, glaube ich... Ich weiß nicht, wie das jetzt wird... Irgendwann koppelt der Zug was ab! Wollen wir uns sonst einfach machen, jetzt vielleicht bei einigen Maps alle kämpfen einfach? Ja, ich glaube, das ist besser. Okay, let's go! Was ist passiert? Ich weiß nicht, der Wagen wackelt. Hau drauf! Ich hab beide! Ich hab wirklich beide! Jawoll! Warte, lass los! Hab ich, hab ich, hab ich! Hab ich! Ich hab ihn! Hau ihn! Tor! Komm her, du! Fass mich nicht an! Fass mich nicht an! Ja! Nein! 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 Ja! Ja, 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 ja! So, kletter hoch! Kannst du dich zu den Stangen bewegen? An dir kannst du besser hochkletteren, wahrscheinlich. Sieht zumindest so aus. Oh Gott! Oh, he's done! Ist er noch da? Noch da? Noch da! Ah, ich bin noch da! Musst du ja! Ja, da unten! Ruhe auf! Leon! Gib ruhig auf! Alles gut! Gib nicht auf! Oh! 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 Toro ganz stark performt! Oh! 1-1! Leon, Leon! Leon, du bist eine Enttäuschung! Edo! Du bist einfach vom Turm geflogen! Äh, vom Turm! Ne, der hat einen super Kick gekriegt, Alter! Okay, das ist wieder 1 gegen 1! Ja, ja! Edo, du und ich, oder was? Ja, okay! Oh! Aufi! Ich feuer dich an! De-see! De-see! Wie machst du das? De-see! Warte, wohin musst du dich vom Dach am besten schmeißen, ne? Das Fenster geht's wahrscheinlich nicht so. Oh! Sorry! Ich will weggehen! Oh! Du blöde Sau, ey! Gib mir den Kopf los, Edo! Der will mal weg! Oh! Shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Geh in die Mitte! Mach erst mal safe! Mach erst mal safe, Dizzy! Come, Hamburger! Hamburger, die neck chillen! Die Hamburger chillen! Wow! Aaaaaaah!!! Oh my Gott! Oh sorry! jetzt kann ich doch mal dass ich zuschlag den stier ein macht die höher Nein! Komm, Edo! Ja! Warum schlägt der Kopfnuss? Ja! Kommt aus, Edo! Immer antappen so! Verpiss dich, Edo! Edo, du Sau! Ja, genau so! Schöne Kopfnuss geben! Halt den festen Kopfnuss! Edo! Oh! 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 Ja! 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 Oh! Fuck! Ich geh einfach nicht hin! Okay, Togo, rein! Du bist dran! Fuck! Letzt ist noch, Edo! Letzt ist noch! Okay, bist du ready? Warte! Muss ich mich aufwärmen! Ich bin bereit! Okay, auf geht's! Warte, ich hab nen Knoten im Fuß! Ich mach dich fertig! Eingetäuscht! Mach den Knoten ins Gedick! Oh! Was? Ich hab dich! Komm her, Edo! Oh! Junge! Der Leon ist blau! Nein! Hör dir! Wieso lebst du noch? Weg! Runter! Warte! Okay, das könnte jetzt zu Ende sein! Alter! Ja, Alter! Wie machst du das? Oh, stark, ey! Was heißt denn die denn so krass, Alter? What the fuck? Okay! Dizzy? Wieso, ich hab an der Stelle Angst! Hör noch nicht! Auf geht's! Auf geht's! Ansonsten... Unentschieden wird's schwierig hier! Okay! Ja, Dizzy! Komm, gib ihm! Doppelkombo! Der smasht nur Button! Der kann nur... Shit! Dizzy! Dizzy! Oh, Dizzy! Verpiss ihn! Nein, nein, nein! Geh in die Mitte! Nein! Warum zum Teufel knockst du alle aus? Alter! Ich hab ihn! Nein! Nein! Warum denn so? Wow! Also, Leon! Du Backensmacher, Alter! Ich krieg ja eine Kelle nach andern! Das stört, ey! Boah! Ist das jetzt so zu morgen der erste Sieg, oder? Nee, nee, bis drei geht's, bis drei geht's! Oh, Gott! Oh! Jeder gegen jeden! Nicht jeder gegen jeden! Ja, genau! Warte mal! Ich bring Edo! Hau ab von den Einschollen! Oh! Nein, Dizzy! Was tust du denn? Kann man die Kameraperspektive drehen? Nee, nee, nee! Oh, Edo! Jetzt komm jetzt los! Edo, ich hab genau dasselbe gemacht! Halt, ich weiß, du springen! Halt, ich weiß, du springen! Spring, Edo! 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 Toro, nein! Okay, warte! Es nur, bin nur ich! Oh Gott! Ja! Ja, Toro! Okay, danke! Wie konnt ihr denn denn so springen? Hä? Das war ein totaler Cheat, Alter! Wie konnt ihr denn springen? Was ist das denn? Edo, ich hab einen Song gesprungen! Was war das für eine Bitte! Diese Map ist ja Katastrophe gewesen! 1-0 für uns! 1-0 für uns! Ja, 1-0 auf jeden Fall! Oh! Oh, mir ist so warm, ne? Mir auch, ey. Das Spiel ist geil, ey. Okay, ich mach wieder drei Siege, ja? Ey, Toro, können wir jetzt bitte performen? Ja, ja. Warum lässt er dich auch K.O. hauen? Ja, ey, du, ohne Scheiß, ich hab so hart in der Dauer in einer gekelnt gekriegt von ihm. Also, ganz ehrlich, können wir noch mal kurz rausfinden, wie man einen so wegschleudert? Das ist ja wirklich... Ich halte mich mit beiden fest, LB, RB. Und dann nimmst du noch nach oben. Genau. Und dann versuche ich so ein bisschen Anlauf zu nehmen und dann quasi mit einem Anlauf dich wegzuwerfen, weißt du? Anders mache ich das nicht. Aber dann bewegst du doch den Stick, oder nicht? Ja, weiter, oder was? Ja, klar. Auf geht's. Oh, ich will mit einem Riesenradfahren. Oh, lass dich doch nicht noch wegcarryen. Oh, Edo. Oh, okay, warte, 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 warte. Der kommt da eh nicht hoch. Lass ihn verrecken. Halt dich fest und spam A. Die Klappe, ihr gebt ja keine Tipps, verdammte Scheiße. Hey. Oh, Edo. Ich glaube, Edo ist gone, oder? Noch nirgter, glaube ich. Nee, jetzt ist er weg. Ja. Okay, Toro. Jeet. Fuck. Oh, nice. Nice, Toro, schön. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Halt dich fest, Toro. Nice. Geil. So. Was machst du da? Wie geht das denn? Wie kannst du denn? Jetzt lass los. Nee, nee, nee. Hä? Was macht der überhaupt? Wieso lebt der noch? Ja, Toro, nice. Nein, 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 nein. Ja. Starkes Ding, Toro. Puh, Taktik. Scheiße. Erster Sieg. Geil. Edo spielst Subnautica. Oh, hier müssen wir alle. Hier müssen wir gleichzeitig, genau. Ja, let's go, let's go. Alter, das war krass. Nein, aber warum schiebst du mich vor? Komm, einfach draufhauen. Warum bin ich schon wieder? Hey, Leon, du kotzt mich an, Alter. Ja, ja. Ich lebe noch. 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 Das ist der Kopf. Das kann doch nicht. Leon. Oh nein, das ist los. Ich bin down. Oh Gott. Ich bin down. Es geht nicht runter. Lüfter. Nein. Lebt noch wer? Jürgen lebt noch. Ja. Toro. Toro und, äh. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Nein. Unentschieden, yes. Oh, Toro. Nice. Das war wild. Das war richtig wild. Ey, wie ich halt schon wieder in drei Sekunden von Leon ausgenockt wurde, aber komplett. Oh, Scheiße. Alle auf alle. Ja, alle zusammen wieder. Ja, alle Teamsteiner. Wir müssen taktisch spielen. Wir warten ein bisschen zusammenfahren. Warte, 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 warte. Das ist ganz übel. Leon, rüberstehen. Da kommen Schilder und so eine Scheiße. Geh, rüber, go, go, go. Nein. Edo. Oh. Ja, der fliegt. Ja, jawoll. Ich dachte, der fällt. Leon, das war eine dumme Idee, rüber zu springen. Oh. Toro hat sich fürs Team geopfert. Toro, ganz starke Leistung, diese Runde. Ich frag, Leon, dass du mitleidigst. Warum mach ich einfach immer mit? Wir machen das safe. Wir machen das jetzt safe. Okay, one on one. Leon, du fängst an. 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 Ja, ich fängst an. Ich tritt mal gegen ihn an. Okay, okay. Okay. Aber ich bin so gespannter Fans, die mir später gleich noch. Das wird nicht. Ich kann so sagen, mal ein bisschen Tasten üben. Oh, wir, die sind da. Hau dich nochmal K.O. Hau ihn an und wir nischeln, Toro. Zieh mal rein, Jun. Ich drück die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Ich hab geklärt, ich hab geklärt. Okay. Okay, du wirst. Okay, du, are you ready? Let's go. I'm ready, let's go. All righty, baby. Komm, Desi, den musst du machen. Halt dich mit einem am festen an Boxing, mit dem anderen. Ja. Desi, hast du gehört? Ja. Verpitz dich. Mach ihn weg. Du machst das gut. Edo, du machst das richtig gut. Nee. Du machst das falsch, Edo. Du stellst den Kopf los. Ja. 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 Scheiße, was machst du da? Lass mich los. Lass mich los. Ich glaub, das dauert noch ein bisschen. Komm. Aus mir in Ruhe. Geh bock mich auf deinen Scheiß. Wer sollst du das denn? Edo, komm. Kopf los. Kopf los. Ja. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, we did it. 1-1. Oh, kurze Pause. Alter, ich schwitz schon von dem Spiel. Ich auch, ey. 1-1. Oh, kurzes Resümee, Leute. Kurze. Also, es wäre gut, wenn ihr verliert jetzt. Hahahaha. Ich hab mit Hand Simulator noch witziger. Danke. Alter, ich bin so fertig, ne? Puh. Oh, ich muss kurz mal... Oh, nein. Ich hab auch mega Angst vor Hand Simulator. Oh. Oh. Edo. Wir kriegen das hin. Ich kann das nicht. So. Oh. Puh. Mach den Rächer so weg. Hahahaha. Hahahaha. Auch wieder drei Gewinnrunden, ja, ne? Ja, ja, ja. Warte, warte, warte. Ich muss mich gerade akklimatisieren. Hahahaha. Kurz den Waden wickeln. Hahahaha. Den hab ich nicht nötig. Jetzt hab ich rausgefunden, dass man schlagen kann mit den Haltetasten, wenn man noch einmal draufdrückt. Habe ich dir zehnmal gesagt, Edo? Ich hab das niemals benutzt, Alter. Jetzt weiß ich, wie man schlägt endlich. Mann, ey. Ich sag die ganze Zeit LBRB. Bin gleich fertig. Muss ich auch noch was fertig machen. Also gut. Was machst du denn? Bereitst du dich für den Hot Tub Stream vor? Ja. Cool. Ich guck so. Ah. Leon weiß noch nicht, dass Ido bei Erklärung nie zuhört. Hahahaha. Mach mal. Ich geb mir Mühe. Es ist eh schmückern, oder? Nee. Nee. Klar. Bin ich schon wieder der, der, der Buhmann hier kurz? Nee, ich kann aber noch schmückern gehen, also ganz entspannt. Jaja. Ja, dann geh ich jetzt und haben alle Pause und dann könnt ihr das in meine Schule. Hippie Pause. Bis gleich. Bye. Bye. Fynn. 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 Okay. Das war's für heute. so ich bin auch da ich glaube dass beim dritten beim dritten team fight können wir glaube ich aber es ist immer geil ich bin so einfach aufs ins gesicht okay mit der rechten was gibt ja auch ein headbutt und so naja muss wirklich mit dem kopf den kopf treffen ich habe dafür gibt den button ich glaube also auf den xbox controller b ansonsten kreis auf dem ich hab xbox okay ja dann ist es b wir dürfen nicht gegen diese boomer verliehen erinnert dich an das was du vorhin gesagt dass ich bei dir im chat war wir sind ein team okay keine bad vibes aber immerhin weiß jetzt wo man schlägt nach drei runden ich hole jetzt meine geheimwaffe raus so sieht es aus eine ukulele? nee Mutter Monika? ja währenddessen immer die ganze Zeit los Dessi das wäre voll geil wie lange darfst du denn heute machen Leon? äh ich habe open end ich bin komplett frei ah das haben wir jetzt nicht irgendwie so einen krassen Zeitdruck null also wirklich null bei mir steht das game nicht drin doch ich habe doch extra eingegeben ansonsten mal fünfen manchmal update twitch das nicht also den zuschauer ich habe gang wird das zusammengeschrieben oder auseinander? ich glaube auseinander und damit b e a t s gang beasts oder mit doppel s? nee nee mit einem ja habe ich richtig geschrieben oh nee da fehlt noch eine s meine Fresse oberschön danke Chat dass ihr mir so nach einer Stunde Bescheid gebt dass er nicht drin ist nun so jetzt haben wir das Sound ist auch gerade meh Sound ist doch gut also wirklich Leute wer hat für einen Sound? eine Ahnung Sound Sound soll ich mal singen? bitte? ich habe das beste Bruder Jakob was kommt jetzt? Bruder Leon Bruder Leon mach du da mal was mach mal Reggae Song draus vom Bruder Jakob ja das ist doch geil oder? Bruder Jakob Bruder Jakob du musst die Glocken wir machst du denn die Glocken? Ding, 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 ding das wäre einfach so Trompeten so ja stimmt ok sind wir ready? das quält mir yo alright ich muss meine Arme hochnehmen hopp ja ja ach dieser scheiß oh nein mhm ich das shift tap jetzt gehts mir Leon ich bin eine Enttäuschung nein doch ich bin eine Enttäuschung so muss ich ne sag ich jetzt nicht ich mach schon wieder schießen oh oh nein das mach ich nicht das mach ich nicht P&P beherrsch dich dann hoff mal gegen andere Leute zu schießen das ist unhöflich ich hab nix am Mikro gemacht alles gut das ist durch wie der der Rotor ne oh Gott also alle in der Mitte ja 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 ok du komm rein wir fliehen die einfach schon warte mal gibt es Controller nicht? doch doch kannst du doch hallo Leon 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 nein Controller geht nicht hä? wollen wir restarten? ja ok ich glaub mein Game ist bugged ich komm mich bei mir nicht bewegen ich mach mich so lange beide fertig ja 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 dann müssen wir äh restarten das Ding mhm uah was das wird ja mitgekriegt nein der sich noch hält ha 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 ihr müsstet doch jetzt fliegen oder eigentlich ne doch wenn das fliegen nein wo häng ich? was tut du da unten? ich weiß es auch nicht ich bin ausgedockt ich bin ausgedockt ich bin ausgedockt wow easy er zählt nicht ne ne er zählt nicht ja müssen wir jetzt die ganze Runde neu starten aber ich guck mal ob ich mich jetzt bewegen kann ja guck mal erst mal ja ja genau ansonsten bringen wir uns alles nach oben ja sonst starte ich einmal das Spiel schnell neu du bist vielleicht rausgetappt oder sowas zwischendurch? eigentlich nicht das wäre so ein krasses Level jetzt gewesen guck mal ob es geht Leon ah ja ich kann mich bewegen ok ok let's go na warte mal was heißt das jetzt eigentlich? äh einmal restarten oder? also alle einmal kurz in den Tod springen dreimal oder was? ja ja genau na warte wir springen in den Tod ihr habt doch gelebt ahja stimmt laugewind ja aber dann fehlt ja dann haben wir wollt ihr jetzt nicht einfach hier neben mir nein wir machen jetzt wer springt jetzt ihr springt nochmal in den Tod dann haben wir so gesehen gewonnen Leon hat mich sowieso minus 50% leiser gemacht deswegen komm ich da bei ihm nicht so gut was? was hast du gesagt? also eben genau das ja ja wir gehen die wir packen wir noch nicht die ist cool ja egal egal wir machen wir jetzt springen wir runter sabah ja ich komm nicht in den Tod komm alter man alter man du brauchst deine Pillen ich bin rüber ich bin rüber ich bin rüber wie das rüber springen schon schwierig ist jetzt lass die seien du bist oh hallo 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 ja hallo hallo die건 hat internet probleme oder? Moment, ich muss mal ganz was gucken. Da kann ich noch gut hören. Hattet ihr nicht letztes auch mal welche? Ah, Gamelag, nicht der Stream. Ach so, okay. Ich schau mal ganz kurz das Game einmal neu. Mach mal. Wie geht denn das? So alte 4 einfach? Ja. Wie lachst du denn so? Ich will auch so lachen. Ich bin voll drin. Steht 1-1 jetzt. Jetzt geht es um die Wurst. Leon, Fokus. Ja, ja. Ich bin immer Fokus. Okay, ich glaube, ich bin jetzt drin. Ja, jetzt fehlt deine Farbe noch. Genau, da musst du wieder so LBRB switchen oder so. Du machst ein Outfit. Du bist doch nicht Buggy gerade. Damit will ich selber nicht mit meiner Lobby. Okay. Und wir sehen dich. Ich will mal außen rein. Moment. Wir treten. Ich sehe euch drei. Ah, jetzt sehe ich mich. Okay. Gib dir mal ein Ausfit. Ja. Es gibt coole Outfits. Ja. Es gibt coole Outfits. Ja. Es gibt coole Outfits, ey. Jetzt bin ich grün, jetzt bin ich rot. Yay. Seid ihr bereit? Das große Finale. Wie ist das noch bei uns im Team? Nee. Ich bin gleich auch. Äh. Du guckst einfach mal so. Du warst vielleicht sonst die Lobby noch mal neu starten? Also ansonsten das vielleicht mal machen. Ja, dann mache ich das schnell. Wir lassen mal die Lobby neu starten. Es kann sein, dass die Lobby jetzt verpackt ist. Ja. Okay. Ist offen. Ihr könnt wieder reinscheuen. Das heißt, Leon, du sag mal, wenn du drin bist, weißt du, weil ich's join über dich? Ja, ich join immer ein Recher. Nee, nicht über mich joinen. Ich bin noch nicht in der Lobby drin. Ich wollte erst mal aufrechnen. Ja, du wirst noch erwarten, bis der Recher drin ist. Äh. Freunde, Dizzy beitreten. Dizzy blub. Ich bin bei Dizzy. Ich bin jetzt auch drin, ne? Kannst du bei mir nach? I'm coming. I'm coming. Äh. Enjoy the game. Hä? Dizzy, kannst du noch mal wechseln? Die Farbe? Ich bin noch richtig. Du stehst bei mir auf der linken Seite. Das war gerade bei mir auch so. Ah, jetzt. Ja, jetzt stehst du recht bei mir. Jetzt passt das. Äh, warte mal. Du bist noch mal drin, ne? Ich bin wieder P2 mal drin, ne? Guck mal, ich wollte dich wieder cheaten, Alter. Ich sag's dir. Wie war ich dir das Outfit? Äh, mit dem Stick. Äh, mit dem Stick. Mit linken Stick einfach. Geht nicht. Ja, du bist, glaube ich, jetzt mit der Tastatur oder so? Keine Ahnung. Ja, du bist bei der Tastatur. Du musst mit dem Game Stick. Nochmal, so. Mann, ey, das ist halt voll schwer hier. Ja, dann warten wir auf Hands-Emulator. Sind wir ready? Ja. Warte. Es ist schwerer, hier diese Lobby... Achso, perfekt. Es ist schwerer, die Lobby zu starten, als gegen Leo und den Age of Empires zu gewinnen. So. Jetzt zählt's. Komm, Taro. We can do it. We can do it. As a team. Für das dritte Game wär's einfach der Burner, wenn das Entscheidungen spielt. Ja, Hands-Simulator sind wir auch stark. Also, ich bin stark. Es geht. Ja, ihr habt starke Hände. Richtig. Oh, Hands-Simulator, davor hab ich richtig Angst. Hab ich auch noch nie gespielt. Oh, okay. Also, 1 gegen 1, oder? Ja, 1 gegen 1, oder? Ja, 1 gegen 1, ja. Ich gegen Leon, oder? Ähm, okay. Soll ich Leon machen? Leon machen wir ein. Okay, ich geh mal da an deiner Ecke hier, da. Leon, das ist gut. Die sind unschlüssig. Die haben Vorteil. Äh... Bei mir steht Edu grad in der Mitte. Hä, nee. Okay, mein Spiel ist absolut laggy gerade. Weiß nicht, was los ist? Okay. Warte mal, dann lass mich zuerst kämpfen. Ja, dann mach ich gegen Edu. Moment. Ja, dann geh mal in die Ecke. Okay. Leon ist tot, okay. Okay, Leon ist einfach rausgesprungen. Ich war's hier alleine fertig. Weil Leon liegt bei mir wohnen. Ja, der ist halt rausgesprungen. Warte mal, die gesamte Lobby verpackt. Warte kurz, warte kurz. Wo liegt denn bei dir? Also bei mir liegt er neben dem Ring. Ja, bei mir liegt er hier. Ich bin ja noch mal alle. Also vielleicht, ich starte jetzt auch mal mein Game neu. Denn ich geh mal mit Alter 4 raus und starte mal mein Game neu. Mach ich das noch mal. Genau, also komplett neu. Ich starte mal alle komplett die Lobby, alle in das Game neu und so. Ja, am besten noch mal Router neu starten und einfach alles. Ich ruf mal, ich ruf mal, ich ruf mal, ich ruf mal kurz bei der Telekom an. Die sollen vorne noch mal den Verteilerkasten noch mal einfach mal neu installieren. Durchchecken. Ja, zur See halt. Genau. Einfach mal die Kabel umstecken. Genau. Richtig, richtig. So geht's aus, ja. Ich ruf mal noch mal bei Steam an. Ich ruf noch mal bei Steam an. Ja, ich bin drin. Mein Onkel arbeitet da, ihr werdet alle gebannt. Bye. So. Sorry für die Gameunterbrechung, aber es geht gleich weiter. Ist das lokal gehostet? Oder ist es... Nee. Nee, das glaub ich, glaub ich. Nee, das müssen bei Server sein. Okay. Aber Windows neu aufsetzen, ja. Genau, Windows noch mal schnell aufsetzen. In der Stunde geht's weiter. Sorry, boys. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das... Also ich weiß schon auch, wie das geht, aber ich habe bis Ewigkeiten her, als ich meinen Rechner aufgesetzt habe. Ich hab das Gefühl, Leon wird das gar nicht... Leon wird das nicht mehr kennen. Aber früher hat man gefühlt jedes halbe Jahr seinen Rechner neu aufgesetzt. Hat man? Ja. Na, wenn man auf so vielen komischen Seiten war wie du, Edu, dann ist das schon klar. Ich war auf LAN-Partys. Mein Vater musste meine riesigen 19-Zoll-Röhre-Monitor von Sporthalle zu Sporthalle schleppen, ey. Da hast du jeden Scheiß eingefangen. Der Ordner da mit den drei Buchstaben, den saug ich mir aber auch mal. Ist offen, übrigens. Ich war auf dem Recher. Genau, genau. Tittenbild.exe. Oh, das guck ich mir an. So, ich trete bei. Muss das Team noch weg sein? So, du bist drin, Leon. Äh, ja. So. Aber ich bewege mich nicht bei mir. Ich auch nicht. Ich switch nur die Farben. So lustig. Aber ich fick mich nicht. Ja, jetzt müsst ihr denn mal... Äh, wartet mal. Ach so, wartet. Jetzt, jetzt, sorry. My bad, my bad. Ja. Jetzt könnt ihr, glaub ich. Ja, ich bin rot. Mann, ich nehm die Arme hoch. Warum öffnet sich diesen Steam hier einfach so? Ich glaube, ihr... Also, äh, Leon und Edo, ihr müsst nochmal wechseln. Kann mich nicht bewegen. Immer noch nicht. Nee. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt, jetzt. Jetzt geht's wieder. Ach so, ja, weil das nicht öffentlich war. Ich verstehe. Leon, Leon, Leon. Ja? Wir müssen, wir müssen... Ja, wir machen Superhelden-Outfits. Wir müssen Superhelden. Superhelden? Oh, Wrestler. Ja, da gibt's einen Superhelden. Scheiße. Du bist Polizist? Edo, du musst erstmal die Farbe wechseln. Ich bin Büroman. Wie machst du denn die Farbe wechseln? LB, LB. Okay. Oder was? Okay. Okay, drei Gewinnrunden, ja? Aber bevor wir loslegen, gucken, ob Leon geht. Start jetzt? Genau, genau. Edo hat sich in einem Moment entschieden, er nimmt doch lieber die Oma. Die Oma? Nimm die Oma. Scheiße. Nur weil du weißt, dass ich Nanny, äh, Grand Nannys nicht schlagen kann. Nein, du wirst Nannys schlagen jetzt. Nein! Ich schlag die Oma. Nein! Nein! Okay. Oh! Das ist ein... Tentakel. Ist das Tentakel-Level? Wer denn zuerst jetzt? Jeder bewegt sich bei mir normal. Geht's jetzt wieder? Ja. Ich springe. Ich springe. Ich springe. Ich springe. Komm, wir stellen das mal alle zusammen. Komm mal her. Oh Gott, das ist die Tentakel erstmal weg. Wir springen jetzt alle hier rum bei mir. Ja! Ja. ja gesamt dort stärken müssen wieder anmachen aber wieso war die aus haben die ausgemacht habt ihr alle games hound ja ich hab die ober um gehauen du musst er der hat sich resettet deswegen ist games und musik die streng nicht an warte ich schreibe mich schon an wir stehen gegen den geist er aufzutacht vorsicht vorsicht lasst los Du siehst mich aber, oder? Oh Gott, wir müssen erst mal hier weg. Oh Gott. Komm hier rüber! Leon, lass los! Komm hier! Oh Gott, ich kann nicht los! Ich kann nicht los! Ich will raus! Ich will raus! Okay, komm her, Tore. Oh, er kommt in der Sache! Nein, das ist unfair! Das hält nicht! Du hast gut, Tore! Halt dich fest! Ich kann nicht mich festhalten! Das ist doch scheiße! Tore! Doch lebt er? Ja, noch lebt er. Ja, die hat mich. Wow, Alter, okay, das war alles. Das Level ist doch scheiße! Ich kann mich nicht mehr richtig nutzen! Los, Leon, mach ihn fertig! Ja! Nein, Leon! Ja, 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 ja! Leon, halt ihn fest! Leon, halt ihn fest! Ja! Leon, Leon, da weg! Komm, schmeiß den Titaka! Wir müssen gewinnen! Oh! Vorsicht, vorsicht! Lass dich nicht! Ja! Ansonsten mal unentschieden! Das wäre vielleicht sogar noch eher besser! Ja! Nein, 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 nein! Ja, aber der ist noch nicht ausgenaukelt genug! Mit B in den Kopfnuss! Kopfnuss! Leon, was auf! Schnapp ihn dir! Schnapp ihn dir zu Takel! Ja! Schmeiß ihn rein, Leon! Nein! Nein! Halt ihn fest! Halt ihn fest! Halt ihn fest! Leon, halt ihn fest! Nein, Leon! Nein! Ich hab Leon noch rausgezogen! Nein! 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 Waxin! 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 Ja! In die Fresse! Ja! Nein! Nein! Geh nach unten! Geh nach unten! Ja! Und jetzt? Spring! 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 Ja! Oh shit! Oh ja! Jetzt geht Beidou! Nein! Rette dich! Hä? Er kann ja gar nicht sterben! Ja! Weg da aus der Ecke! Ich komme nicht weg! Lass die Tentakel entscheiden! Ich bin nicht zum Tentakel! Leon! Opfer ihn! Den Göttern! Ich hab mir springen drücken! Verpiss dich! Ja! Das öffnet dich! Ja! 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 Nimm ihn mit! Ja! Nimm ihn mit! Nimm ihn mit! Nein! Ja! Wie konnte er das denn überleben? Dizzy, für die Ehre, für den Hamburger, für den Hamburger! Ja! Weg da weg, da lasst sie doch liegen! Warum kratzt sie denn? Verpiss dich! Ja! Ja! Nein, 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 nein! Ich hätte sie kaum noch! Der fällt sich nicht an! Wo ist denn ein Timer? Geh nicht hin! Geh nicht hin! Nein, nein, nein! Ich komm da raus! Ich komm da raus! Ich komm da raus! Ich komm da raus! Ich bin weg! Alle guten Dinge sind acht! Hä, du hast die Tentakel-Ko gehauen! Oh, das sieht nach unentschieden aus! Nein! Überleb einfach nur! Das war aber auch ein Scheiß-Level! Jetzt geben sich alle Mühe, was? Jetzt schwitzen alle rein, Alter! Das wird hier keiner aufgeben! Ich hoffe, das geht jetzt in der nächsten Runde! Aber Leon, wenn wir verlieren, ist nicht so schlimm! Wir haben immer noch Hands-Simulator! Oh, okay! Oh, okay! Wir machen mal jeder gegen jeden! Äh, nicht jeder gegen den! Aber Team geht hin! Oder sich bewegen! Also springen! Wo ist denn Leon? Alles gut ruhig? Wir stehen hinter der Ecke! Das war eine Idee! Wartet gut! Es ist zugemacht! Okay, ich glaube, alle bewegen sich zumindest bei mir! Ist ein bisschen laggy, aber... Ist halt so jetzt! Okay, wer denn jetzt gegen wen? Ich mach Edo-P-Platt jetzt! Dann reiten gegen Edo-P, los! Mach den Nanny! Edo steht bei mir nur an der Wand! Na, ich seh ihn! Okay, gut! Edo! 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 Okay! Richtig abgelackt! Ich hasse dieses Spiel! Okay! Komm her, Dizzy! Bist du ready, Leon? Richtig ready! Oh, scheiße! Ich krieg das echt nicht in dieses Spiel! Komm schon, Dizzy! Oh! Nein, 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 nein! Obwörung wär gut! Obwörung wär gut! Wieder raus, Kürler! Oh, scheiße! Nein! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ich pack jetzt meine Geheimwaffe aus! Oh Gott! Leon! Fand ich gut, Leon! Lag das jetzt wirklich an... 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 Keine Ahnung. Okay, hier... Oh, hier, free for all, oder? Ja, Freunde, ja, 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 ja! Wir machen die fertig! Oh, der Recher ist gekommen! Oh! Ah! Leon, komm schon! Ich trau mich hier nicht rüber! Leon, du bist alleine auf dich! Ich bin doch nicht allein gestellt! Ja, Evo! Das hat sein Ernst! Meine Kamera! Ich bewache, ich bewache das hier hinten, Leon! Er ist rausgenommen! Okay, meine Kamera ist immer noch raus! Okay, jetzt ich wieder raus! Ja, 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 ja! Nein! Ja! Okay, ich hab ihn! Mach ihn! Geh ihn, hol ihn! Komm her, Nelly, Junge! Ich hau dich um, du! Äh... Nein! 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 Oh, Toro! Oh! Toro mit dem Epic-Move! Epic-Gamer-Move, Alter! Nice! Oh! Die geilen Waffe! Ganz stark! Ja, bei mir ist gerade Edo von der Plattform gefallen, die Kamera ist unendlich rausgezoomt! Echt? Oh, scheiße! Okay, komm! Äh... Okay, ich bewege mich einfach, ohne dass ich was mache! Okay! Äh... Okay! Bei mir sind Edo und ich vom Schiff gefallen! Nee! Wie stimmt hier noch? Warte mal! Wir könnten das Game... Das ist aber auch doof! Das machen wir einfach 1v1 jetzt als Entscheidung! Einer von euch muss runterspringen! Okay! Toro, du bist der Carry! Oh Gott! Okay, los Toro! Ab geht's! Wir zwei müssen das jetzt gehen! Warte, warte, warte! Ich muss jetzt mal gucken, wo ist er denn? Okay! Komm her! Bin bereit! Komm schon! Oh! Alter! Meine Kamera ist verschwunden, weil Leon runtergefallen ist! Voll erschrocken! Gib sie ihm! Gib sie ihm! Stark! Ja! Ja! Du bist ein Biest! Ins Gesicht, Edo! Ins Gesicht! Oh, du bist ein richtiges Feed, Toro! Du bist ein richtiges Feed! Du bist richtig heiß heute! Gib sie ihm! Gib sie ihm! Ellbogen! 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 MMA! Ja! 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 Oh! Dieser Move! Mann, ey! Das war's! Also, eh! Toro, ganz klar, Gangbeast auf jeden Fall ganz stark heute! Huh! Aber man muss auch sagen, es ist ein bisschen unfair, weil Leon hatte Lacks gehabt! Also, das darf man nicht vergessen! Weiß da echt nicht, was hier los ist! Das ist in Ordnung! Wir müssen, wir müssen, wir müssen, ähm, jetzt... Jetzt wird's richtig anstrengend! Ja, wir haben, wir haben das hier verloren und jetzt kommt das Finale! Jetzt wird Hand Simulator gespielt! Ja, äh, ich schau mal ein bisschen rein! Äh, ja, mach mal! Weg geht's dann! Ich mein, zur Not, äh, würde ich auch fairerweise auch nochmal ein Rematch anbieten, wenn's, äh, ne? Wir sind ja faire Spieler! Das stimmt! Das kann Leon entscheiden! Ja! Wir gucken mal, wir gucken mal! Weil ich hab ja grad eben in den Squadstream reingeguckt und der ist halt auch geleckt! Deswegen... Wir machen jetzt, wir machen, wir machen einfach ganz normal, ähm, wir machen jetzt das schöne Handspiel! Als Finale! Ich glaub, das ist ganz gut! Ja, ja! Steht 1-1 und wir machen jetzt das schöne... Ja, ich mein... Große Finale! Ganz ehrlich, ich will da jetzt ja auch nicht in offene Wunden rein oder so, aber ihr hättet sowieso Gangbeasts verloren! Leon ist schon sehr stark, aber Edo P ist halt, den kannst du halt nicht carryen! Sehr schwach! Na, Edo P ist ungefähr so wie Toro in Rocket League! Toro, wir haben was gemeinsam! Wir sind beide scheiße! Ne, also Toro hat der Gangbeast heute überzeugt! Auf jeden Fall! Also... Ne... Okay, starte Hand Simulator! Oh, Hand Simulator! Ich hab... Ja... Hä? Wolltest du den Rechner neu starten? Hab ich schon! Oh, krass, ey! Das ist einfach 5 Sekunden, dann ist das... Wird auch wieder auseinandergeschrieben! Einfach wahrscheinlich aus dem Fenster geworfen, neun angemacht, so! Oh, warte mal, ich muss hier irgendwie... Spielt ihr das hier auch alle so auf 1080 PS Max? Ja, ja! So, jetzt müssen wir mal gucken... Sound? Was machen wir denn jetzt hier? Habt ihr... Habt ihr Graphics Quality auf hoch oder so gesetzt? Oder muss man das auf übrig setzen? Auf Ultra? Mach ich auch auf Ultra! Select Monitor! Das müsste... Scheiße! Welcher ist mein richtiger Monitor? Hm! Wir brauchen immer noch Gangbeast! Ist der doof! Warte kurz! Warte mal! Äh, ich müsste euch irgendwie mal mitteilen, wie das Spiel heißt, ne? Ja, kannst du denn in der Discord-Gruppe machen, oder? Äh, wo kann ich das denn hinschreiben, Leon? Oh fuck! Ne Discord-Gruppe kannst du auch machen! Achso, ja stimmt! Nein! Doch, hat er gemacht! Ist übernommen! Äh, warte da! So heißt das Spiel! Ich hab jetzt übrigens, äh, was hab ich nochmal aufgemacht? Äh, The Last Hero hab ich aufgemacht gerade! Mhm! Okay! Ich hab das Spiel das... Ich hab das Spiel das... Das Spiel das... Das hat er in VR geschickt hast! Genau! Das ist der Raum! VR! Das ist der Raum, in den wir, äh, reingehen! Äh, warte, wo? Also, da, aha, aha! oder wir müssen glaube ich auf multiplayer glaube ich und dann muss ich der multiplayer dann join server nein ich habe mich verklickt enter name und muss ich random angeklickt lassen oder den namen musstest du da eingeben dann ja ist der name ist das was du geschickt hast genau und da steht immer drunter rente im gröner der renne machen wir aus ich komme wie heißt der modus hier sitzt schon so hätte ich irgendwas auswählen müssen ich bin drin ich sitze auf so einer komischen couch also habe ein handy in der hand ja das ist richtig okay dann aber jetzt muss ich mal unternehmen not found steht bei mir du musst auch oben das richtig drücken also nicht dass du mafia auswählen ja ihr müsst genau ihr müsst um das richtige spiel auswählen dafür ich habe das spiel ausgewählt du bist richtig du sitzt neben mir ausgewählt u joint server und dann den namen rein ja genau der musste unten irgendwie rennen musste weg machen der haken muss oh gott ich bin ich nicht aber aber warum bin ich hier mit grazia drinnen wo tefakt hat sich auch gerade das problem ist ja der ganze ich warum habe ich mit horror ja weil du wahrscheinlich das falsche geklickt hast oder so mit märkte last hero was macht er hier war der ich schaust machen multiplayer de laas die sonst einfach so rein join über edo edo warum bist du offline bei mir warte mal ich versuche das mal gerade auch weil bei mir klappt das nämlich auch nicht das ist wieder natürlich spiel nein die spiel starten nein ne über steam kann man nicht join ich komme nicht rein also random muss ja aus sein ich hab das gemmich auf serverless gehe sehe ich das aber ich kann nicht join ist das nur für zwei kann das sein die von acht steht bei mir nicht rein ich auch nicht not found obwohl ich ne ihr müsst da das müsst ihr einfach richtig anklicken also das richtig und dann muss da irgendwo ist da so ein komischer haken der muss genau bei random genau der muss genau der ist auch weg ja dann mach den mal rein ja da kommen wir ja irgendwo rein dann komm ich in eine random lobby bei karts ja ich mach nochmal neu auf schreib mal alles klein keine ahnung was da das geht nicht last hero warte kurz das ist doch irgendwo auf ist aber eu so ist offen ja ist eu ja haben wir dieselbe version 4 8 f 3 ok 4 8 f 3 ja ok last hero create server na edo hat es ja auch reingeschafft ja aber vielleicht habt ihr eine version nee ok ist offen wieder gleiche name ja nee ach so warte mal ich bin noch in dem game drin muss ich da raus ja ja ich meine ich habe versucht auf dem smartphone was anzuklicken ich sehe es auch in der liste aber das ist halt ein schloss vor ich kann da nicht rein sollen warte mal sekunde 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 ich muss mal kurz machen ihr müsst halt über multiplayer und dann im joint server mit last hero machen wir joint server wieso last hero was für last heroes verstehe ich nicht folgendes sieht es bei mir aus ich klicke auf multiplayer ja dann klicke ich achso bei mir steht oben heißt map mafia und ich habe es stehen gelassen einfach ich habe es gar nicht ausgewählt ich habe einfach da oben steht mafias ich habe es einfach gelassen standard habe auf joint server geklickt habe den namen reingetippert oben habe random haken weg gemacht habe play gedrückt ja dann machen wir nochmal gucken ob du hier reinkommst du hast einen neuen namen gegeben ne ist derselbe komm nicht rein jetzt komm ich aber nicht rein ok machen wir mal privat den haken drin oder ja den habe ich jetzt mal jetzt habe ich ihn reingemacht vorher hatte ich ihn nicht wartet mal achso hab ich den random haken oder was nein beim erstellen mir wird nicht mal ein the last hero und ein surfer angezeigt doch da ist er jetzt ist er da doch über die die was hat jetzt wahrscheinlich irgendwelche randoms rein pass auf zero joint server genau ich bin jetzt auch wieder perfekt ok ok ah nice sekunde mit shift genau shift kannst du macht euch erstmal mit der steuerung bekannt also mit der linken maustaste scrappen äh rechte maustaste ist halt äh hame bedrehen also drehen ok also guck mal shift ist halt hörberteile wechseln mausrad winke winke hallo leon mausrad ist hoch und runter hallo leon wink mal zurück äh hallo hallo leon hallo leon der ist auch für dich hier guck hallo 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 hier da ist die älter hier leon hier leon hier da oh fuck au was passiert hier hallo 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 ich habe meinen armen ausgerenkt ich kriege ihn nicht zurück nein du musst die morse nach vorne machen hallo 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 wir können ja erstmal eine testrunde machen Ich hab meinen Arm gerade gebrochen Warte, ich muss lustige Musik anmachen Ich hab ihn zurück, ich hab ihn zurück Alter, war das krass Ich hab meinen Arm zurück Das wird jetzt schon wieder richtig wild Du kannst mal den Arm noch mal nach unten machen Die ganze Hand Ach stimmt, Mausrad gibt's auch noch, ne Leute Ja, Mausrad ist hoch und runter Ja, ja, hoch und runter, ne? Wer F1 drückt Ah, Knopf drücken Oh Gott, was ist passiert? Jetzt geht's los Okay Okay, die Knarre nehmen und die andere abknallen Okay Okay, warte, ich muss die ein bisschen anfingern Äh Okay, Leon, 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 du vergisst dich bitte gegenüber, ja? Ja, ja, ich auch schon, ja, ja Okay, warte Okay So, erstmal ein bisschen so schieben So, nehmen wir die andere Hand So, wir greifen Äh, wie mach ich? Alle Finger Ich hab schon Abzug betätigt Aber da war ich drin Edo, beruhig dich Okay, ich hab mein Magazin Oh fuck Okay Okay Okay, ich hab die Waffe Ich hab die Waffe in der Hand Okay Oh Also, kann ich das nicht Hä? Oh, warte Ich hab das Magazin hier rein Das ist Die Hochzeit Beide müssen ineinander Komm schon Okay Nein, 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 nein Okay, okay Okay, ich muss so greifen Ja, ja, ja Ja, ja, ja Schöner reinklöppeln Machen wir den Daumen weg Dizzy, wie sieht's aus? Ich hab ein Magazin drinnen Bin geladen Wie? Oh! Ach! 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 Fuck! Ey, sorry, die lag auf dem Tisch Ach! Ach! Fuck! Wir möchten vor allem nach vorne Ja, meine Waffe ist jetzt auch weg Also Die liegt genau unter dir Ja, ich weiß Da komm ich aber nicht mehr ran Kann ich das noch gewinnen, Edo? Was macht eigentlich Leon? Das ist ja nur eine Testrunde Ich kann das noch gewinnen, Edo Leon einfach Wir kriegen das hin So, warte jetzt Toro, du musst die Szene wechseln, im Übrigen Ach so Huch Ja, schön Der ganze Content für den Haarsch, Alter Das ist einfach schon direkt rip Welcher Content? Du warst einfach nur erschossen von deinem Team Ich wurde einfach gut erschossen Okay, ich muss Ich krieg den da reingefrügelt Also die würde man noch kriegen Geh da jetzt rein! Nee, da kommst du nicht mehr ran, habts schon probiert Okay Probier nochmal Ja! Ja, sie kommt ein bisschen näher Ja, oh! Nun guck, nun schau, Dizzy Die Hand, Alter Was machst du jetzt? Greif das Die Maus nach unten Ja, Maus rein Ja, ja, okay, okay, okay Also Edo versucht immer noch Wasser ruhig immer noch hin Um Wasser zu laden Und das ist jetzt hier raufstecken Leon einfach Move vor Arm Maus, xy und scroll wheel Ich will weg Ich bin nach vorne Leon, voll in der Mathematik hier drin Wir wurden in den Arm geschossen im Übrigen, Alter Das ist voll schwer Ja, man muss mit beiden Händen, glaube ich, arbeiten. Aber das Magazin ist schon fast drin. Du kannst dich auch so anstupsen, Edo, glaube ich. Mit einer Faust so. Mit einer Faust, du musst die Faust haben. Ja, ich hab's drin. Oh, nee, ist noch nicht drin. Jetzt ist es drin. Also, Edo hat schon das Magazin drin. Bei Leon ist es noch ein halbes bisschen scharf. Ich krieg das da rein, warte. Ich krieg den da reingeknöppelt. Was macht Dizzy? Dizzy versucht weiterhin... Dizzy versucht mal, die Waffe richtig in die anzunehmen. Alter, wenn du noch weiter so blöde Klugscheißest, dann hau ich dir einen vor den Karton, Alter. Halt deine Schnauze. Ich muss die Waffe drehen, dass ich sie in der Hand kriege, du Eimer. Edo versucht indessen, die Waffe zu streicheln, während Leon immer noch versucht, das Magazin reinzupfen. Kommt da nicht rein. Ich bin da gleich drin. Ja, streicheln ist nicht, Edo. Du musst sie auch reinpassen. Hey, ich versuch dir auszurichten, dass ich sie anfassen kann. Ja, oh, das sieht gut aus. Oh, da drüben passiert was. Oh nein. Also, ich geb dir einen Tipp, Leon. Vielleicht doch auf den Tisch legen, da ist das ein bisschen besser. Das ist wilder. Oh, guck mal, guck mal, wie er es da reinflutscht. Hm, ja, und jetzt? Oh, Edo! Oh, ich hab Edo, Edo erschrocken. Nein, aber jetzt ist die Waffe weg. Die Waffe ist... Du musst die auch festhalten. Gegen mich! Doch, man kann die festhalten. Es ging, Ektoro, das ging gerade nicht. Oh, nicht schön. Hier sehen wir immer noch Leon, der versucht, das Magazin liebevoll reinzupfen. Geht rein! Mit der Faust, mit der Puh hingem... Und das Magazin ist drinne! Leon, klein ab! Wird er... Oh, der lässt die Waffe fahren! Nein, 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 nein! Okay, ich muss dich doch irgendwie sichern, ne? Ja, du musst hier schießen, jetzt. Nee, du musst einfach schießen. Ist ja eine Automatik, ne? Ah, okay. Ja, wir können gewinnen, wir können gewinnen. Es ist eine Testquote, by the way, ne? Wir können gewinnen. Wir können trotzdem gewinnen. Wir können den Test gewinnen. Oh! Oh, Tora ist erschossen. Warte, warte, warte. Nochmal. Alter, wieso ist Tora der einzige Klamotten anhand? Ich hab mir einen Charakter gemacht. Das ist doch scheiße. Nee, warte mal. Ich hab keine Haare. Der Zeigefinger. Äh. Ich red sogar in den. Also, ich lebe noch, mir wurde nur in den Arm geschossen. Nitti, wo bist du? Du schießt rechts daneben. Schon wieder. Ja. Rechts, Sonny. Das muss nach da. Ja, du musst weiter von dir aus gesehen nach rechts. Und den Tisch geschossen. Also, das sieht ja im Blinder von hier aus, dass das nix ist. Noch ein Stück. Oh! Oh, viel weiter, komm ich nicht. Nee, man schießt dich selbst. Er schießt dich selber. Tut dir gefallen, aber er schießt dich einfach selber. Jetzt los, klar, dich selbst auf. Ja, warte, passt. Das ist richtig geil, Alter. Das ist so doof. Boah, das ist doch so wild. Das ist so schön. Boah, ich hab gut reingefingert bekommen. So, you ready, you ready. Also, restart oder was? Ja, ja, ja. Wollen wir dieses Level nehmen? Aber wir switchen auch ein bisschen, ne? Wir können switchen. Warte mal, wie viele Runden machen wir denn überhaupt? Na, drei. Bo3, ja. Bo3. Oh, wir haben nen. Oh nein. Hä? Oh nein. Ja. 711 Wins. Toll. Nee, wir machen nicht ready. Okay, alle gegen ihn. Alle gegen ihn. Alle gegen ihn, los. Nee, ich mach nen neuen Raum auf. Ich mach nen neuen Raum auf. Ich mach nen neuen Raum auf. Ja, das steht halt einfach drinnen als Surfer, ne? Da kann halt einfach jeder sein. Ja, ist ja auch nicht seine Schuld, so. Nee, nee, ist so. Wir machen einfach nochmal mit Multiplayer, äh, mit, mit, ähm, was weiß ich. Ja, wenn das mal gehen würde. Sag, wenn du offen hast. Ja. Also, sonst können wir auch ne andere Map nehmen. Ja, ne andere Map. Nee, ich find die schon ganz gut. Na gut, dann spielen wir die nochmal. Steht im Display. Okay. Äh, Multiplayer. Oh, perfekt. Joint Server. Na, da ist der schon wieder drinnen? Money! Oh, dass man in diesem Game nichts Private machen kann, regt mich so auf, ey. Doch man kann Private, haben wir doch beim letzten Mal auch gemacht. Hat der, äh, Leute, äh, war, aber macht ja eure, macht ja eure Szene aus, wenn ihr so'n Game erstellt, wahrscheinlich. Ja, ja. Aber die steht ja trotzdem drinnen. Ja, zur kann ja die ja joinen. Äh, kann man das nicht Private machen, mit Passwort? Warte mal. Warte, ich sch- Du kannst Private eingeben. Warte. Äh. So, das ist jetzt das Game. Ich stehe jetzt mal auf Private, keine Ahnung, ob ihr da reinkommt. Mhm. Probier's mal. Wieder gleich mit? Äh, ja. Okay. Ich komm rein. Okay, nice. Bin auch drinnen? Ja. Wieso, da hättest du nach mir geworfen? Äh, Edo, setz dich mal bitte an den Tisch. Not found, Alter. Hm. Doch, jetzt. Aber hier ist Edo. Äh? Links oben Edo nicht, ne? Also, weil er bei mir, also ich seh... Edo sitzt bei mir mitten im Raum. Ja, bei mir sitzt du auch mal neu joinen, Edo. Genau, so hoffen, reinzugehen. Ja, ja, schon. Nicht ready machen, sonst fängt das an. Hör auf, auf den Knopf zu drücken, na. Ja, ist so schön. Er ist rot. Komm, wir machen die Hände mal in die Luft. Hey. Ja, ist besser. Nee, Edo sitzt wieder an derselben Stelle. Hallo, Edo. Ähm. Kannst du, du sitzt bei dir normal am Tisch, oder? Ach man, ich bin doch ein Idiot, ey. Ich hab falsche Map ausgewählt. Welche Map muss ich auswählen? Aha, Edo P. Äh. Last Hero. Genau, so wie vorher. Last Hero. Das ist ja lustig, dass man trotzdem joint, aber dann wie auf der alten Map sitzt. Das ist ja total schlecht, wie es käme. Aber deswegen ist es so gut. Warte, fuck. Mein Arm ist kaputt. Ich muss auch mal joinen. Nee, ich kann restarten. Das ist gut. Edo drin ist, okay. Lars, the last, 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 the last Hero. Äh, Joint Server. Was dem Geil? Aber so kannst du denn Waffen holen, wahrscheinlich. Ja. Okay, das fand ich nice. 2 Sekunden. Komm mal neu schlauten. Meine Hand ist richtig broken. Okay. Start noch mal neu. Uff. Junge, 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 Junge. Oh, meine Hand. Ja, ey. Ich ver... Okay, dann mach ich jetzt ein Restart? Ja. Wo meine Hand ist, glaube ich, wieder okay. Dann geht's super los. Wir machen die Ready-Machen einmal. Leon, streng dich an, ja. Warte mal, warte mal, wer sitzt'n wo? Dizzy. So wie eben. So wie eben. Dann machst du Leon tot. Oh, shit. Okay. Ey, der kriegt mich nicht tot. Okay. Okay. Scheiße, mein eigener Daumen steht mir im Weg. An den Fingern, das Ding? Ach mein Gott, warum nicht? Warte mal, hier gegenüber sitzt der Rächer, oder? Oh ja, perfekt. Du hast ihn doch noch nicht geladen, Alter. Nein, aber ich hab's schon abgedrückt. Nein, jetzt hat er das gedreht. Irgendwie, oh shit. Oh, das sieht nicht gut aus, Dizzy. Wie kann ich dir aber mein Handgelenk drehen? Was macht der denn? Mit der rechten Maust hast du? Fuck, Alter. Oh, fuck. Oh, siehst du, magst du jetzt drin, Edo? Nein, 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 meine Waffe. Okay. Nein! Dizzy. Was? Oh. Du werden geschossen. Hast du geschossen, Leon? Ja, aus dem Sinn. Nee, ich hab geschossen gerade. Schreibe ich dich ab. Oh mein Gott. Jetzt geht doch rum. Oh, die Haare. Er geschossen. Er schießt, er schießt. Wer ist er? Er, Dizzy. Ah! Warte, mach in Ruhe, Dizzy. Wie viel Schuss sind da drin? Weiß ich nicht. Hä, warum krieg ich den? Oh, ich bin voll angespannt. Das hat eine Waffe auf dich gerichtet, Edo. Bitte nicht, ich hab nichts getan. Ich krieg das Ding nicht da rein. Baaaaan! Okay. Hab ich sie? Ja. Was machst du, Dizzy? Nein, nein, ich hab die Ver... Scheiße. Okay. Ich krieg das da auch nicht rein. Ich schwöre, ich krieg das nicht ein Millimeter da rein. Die Scheiße. Oh Gott, mein Magazin ist komplett falsch rum. Oh Gott, oh Gott. Wie soll ich das denn wenden? Holy shit, das ist komplett falsch rum. Das krieg ich niemals gewendet. Oh Gott, Dizzy. Das krieg ich niemals gewendet. Das krieg ich niemals gewendet. Holy fuck. Okay. Schießt du auch schon in den Händen? Ich hab ne Waffe. Nein! Oh, jetzt ist meine Waffe weggeflogen. Ich kotze, ey. Nein, ich kotze. Oh Gott. Welche Finger ist denn das? Nee, schieß die auf mich. Nee, schieß die auf mich. Schieß die auf mich. Komm her, Toro. Do it, Toro. Come on. Oh, scheiße. Ich klang da einfach ab, okay? Nicht so einfach, Edo. Warum nicht? Ich hab ne Idee. Ich kriegst da auch hin. Oh, wait. Nein. Okay. Okay, ich bin ready. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Bist du auch? Oh. Wir schießen alle, aber ich treffe nix. Oh Gott. Meine Waffe ist gleich weg. Nein. Was machst du? Okay. Edo, machst du noch... Ach, Edo, du machst ja das Magazin noch rein. Ja, ich wollte euch Zeit lassen. Komm. Ich weiß nicht, wie viel Schuss ich noch hab. Die kann auch leer sein irgendwann. Oh, oh. Ich muss mit dem Daumen hier so ein bisschen anfingern. Er sitzt mir gegenüber, Toro, oder? Oh. Ja, seine Waffe ist auch weg. Nice, sehr gut. Nein, meine Waffe ist weggeflogen. Ich hab mich nicht getroffen. Fuck. Aber ich hab geschossen. Das sieht nach einem Restart aus hier. Warte, ist noch nix entschieden. Versuch grad auf leeren zu ziehen. Oh. Close. I'm dead. Kann ich jetzt ein bisschen höher? Oh, ich hab's voll voll... Kann ich hier nochmal einsammeln, ey, oder? Nee, meine ist auch weggeflogen, aber anderen Raum ist. Du siehst hübsch aus. Danke, Edo. Hast du Lust auf ein Date? Nee, danke. Liegt das da dran, wie ich meine Hand hier halte? Ja. Ich brauch keinen... Nein, ich geh das nicht drüber. Wie krieg ich das ge-aimt? Ist das so besser? Oh ja. Ah! Mann! Der war close. Otto, da ist deine Chance jetzt. Come on. Ja, ich versuch ja, aber... Wie wählt der immer den Kopf aus? Mit der mittelten Maustaste. Ah. Was machst du da, Tauro? Oh, okay, oh, genau. Aber das ist nicht so einfach da rüber. Dieses Spiel ist der Hammer. Das Handgelenk ist einfach wirklich, halt, wirklich dumm. Nee, das bin ich. Das bin ich. Warte, ich meine... Oh, wie ein Gangster. Nee. Oh, Leonard! Ja! Okay, Tauro, du kannst das entscheiden. Manga, du kannst das entscheiden, Tauro. Okay, warte kurz. Ich versuche... Scheiße. Ich versuche erstmal, Edo zu töten. Ey, ey, aber... Au, au! Alter, mach die Knappe weg. Der kann das niemals aimen. Guckt euch an. Der kriegt nix hin. Oh, oh. Alter. Taten-Schlag. Tauro? Oh! Tauro! Das ist rausgerichtet. Oh, nein! Oh! Ja, ja, schiebt jemand in die Richtung. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Edo? Beschwörst du gerade die... Die Waffe? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, der war... Der war gar nicht so weit weg. Come on, Tauro, you can do it. You're dodging. Du musst dodgen. Geiße. Was ist denn die Idee? Yes, 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 yes. Ähm... Was? Oh, Gott. Peng. Der ging in den Tisch, glaube ich. Peng. Ich hab ne Feggerpistole. Peng. Peng. Oh, Gott. Oh, was? Warum kann ich an die Waffe ran? Ich will meine Waffe haben. Edo, bewegt dich so weiter. Du bist untreffbar so. Du bist einfach bulletproof, Mann. Come on, Tauro. Du kannst für uns große Arbeiten leisten. Ganz so toll. Das ist doch scheiße. Das ist viel zu weit weg. Come on, Tauro. Please. Make it happen. Guck mal. Wie er ausmacht da hinten. Tauro, please make it happen. 15. Ich versuche es. Ich versuche es. Konzentrier dich. Ich ignoriere sie. Fangen die Uhr mit der Hand einfach. Ja, so ist gut. Schön. Und jetzt den Abzug ziehen. Du sollst sie nicht streicheln. Du sollst sie ziehen. Warte, 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 warte. Ich habe es. Okay, okay. Ich muss die Finger noch ein bisschen anpassen. Oh, Gott. Er fingert an der Waffe rum. Pass auf. Jawohl! Oh, ja! Tauro, du bist mein Mann. Los. Und jetzt noch Leon. Come on, Babygirl. Come on. Oh, Leon wird schon schwierig. Kannst du alles. Komm, kriegst du hin. Easy game. Habe ich letztens auch Doppelkill gezogen. Komm. Scheiße. Easy game. Easy game. Warte. Ich mache das auch ganz entspannt. Ja, das machst du schon ganz gut. Lass ihn noch. Ich habe mein Leben getanzt. Der hat nichts gebracht. Der verliebt das. Tauro, ich ziehe mit der Waffe auf dich. Hör auf. Quatsch, nichts mehr. Oh. Oh, das sieht fast. Nee, noch ein Stück mehr. Ja. Tauro, ich habe zwei Waffen auf dich gerichtet. Halt die Waffe aber vorher fest. Nee, da will ich. Gib auf, Tauro. Oh, shit. Warte, wir machen das so. Okay. Sehr gut. Schön, Tauro. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob es noch geht. Geh doch da. Mach doch. Schieß doch. Finger rein da. Finger rein. Finger rein. Jetzt, ich knimm den Finger und geh ins Loch da rein. Wie du streichelst mit deinem Finger? Mann, das ist keine Frau. Ich krieg den Abzug nicht. Oh Mann, ey. Und der hat eh nur erschossen. Was soll passieren? Ich bin der beste FPS-Spieler. Mann, ey. Aber im Prinzip, wir können ja eh keinen Finger mehr machen. Also eigentlich geht die Runde schon an euch. Ich glaube, Tauro bringt das nicht mehr hinter. Doch. Aber wenn seine Waffen wegfliegt, dann hat er es nicht geschafft. Ja, eben. Oh, ich habe sie. Achso, müssen beide sterben? Ja, ja, ja. Achso. Die Runde ist doch nicht vorbei. Ich dachte, wenn man killt. Oh, der ging in den Tisch. Der ging in den Tisch. Die Richtung ist richtig. Der ging nur in den Tisch. Die mussten ein Stück weiter nach vorne. Also ein Stück von dir nach rechts. Genau. Und dann geht er oben rüber. Ich fahr' ich aus. Du kriegst mich nicht. Come on. You can make it happen, Tauro. Du kriegst mich nicht. Come on, baby. Come on. Okay, vorm. Nee, das passt nicht. Jetzt nicht überstürzen. Du bist alt. Du mit Ausdauer hast du es. Ich weiß nicht, mit Ausdauer hast du es. Ich weiß nicht, mit Ausdauer hast du es. Wir haben dich zu bewegen. Du bist so alt, mit Ausdauer hast du es. Komm. Du hast die Ruhe weg. Nee, nee. Ich meine, du bist schon im Rentenalter. Oh, der Lauf ist auf mich gerechnet. Zieh, Brudy, zieh. Ich kann dich abdrücken. Zieh. Zieh. Hör auf. Hör auf. Nicht mit dem Daumen. Warte, warte. Zieh mit dem Daumen oder so. Ich will mit dem Daumen probieren. Schossen nicht. Oh, der ging. Die Richtung ist richtig, aber die mussten weiter nach vorne, dass das über den Tisch geht. Ja, so. So, so, so. Nee, nee, nee. Nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. Nein, nicht so, nicht so, nicht so. Ben, ich hört's sinnvoll. Julian, der verliert gleich die Waffe. Der verliert gleich die Waffe. Der verliert gleich die Waffe. Du verliert die Waffe. Wiss hier im Moment. Wiss hier im Moment. Die Hand langsam dreht. Und dich damit anschielt Ja, 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 ja Nee, nee, nee Ja, ja, ja Oh, Babygirl Ja, nein, der schießt dich doch eher selbst Ich muss in die andere Richtung Neon, mach ich aus Ich mach ich aus Jetzt trink doch ab, du Idiot Ich mach ich aus Neon, du bist so schnell Was für ein Ninja Wer hat eigentlich das Level-Design gemacht, Alter? Ich schwör dir Alles gut, alles gut Ja, mach doch, ist okay Warte, ich krieg das hin Ich krieg das jetzt hin Indem ich einfach jetzt Mann, das ist zu stressig in meinem Alter Ich krieg gleich ein Herz in der Hand Ich weiß, ich auch Okay, gut Wir müssen in unserem Alter darauf achten Scheiße, er hält sie wie ein Gangster Oh, scheiße, das war's, er hält sie schief Oh, jetzt war's das Fuck, jetzt ist vorbei Ich muss da ausweichen Du siehst aus wie Neo von Matrix So krass, wie du da ausweichst Ich Finger jetzt Finger rein Du kriegst mich nicht gefingert Du kriegst mich nicht gefingert Oh, oh Wir alle fingern Tauro, was ist mit dir, Alter? Ich fang los zu fingern Nein Du schießt in deinen eigenen Tisch Nein Du musst sie ein bisschen anheben Ja, so ist gut Richtig schön, Ghetto und jetzt Feuer Gib ihm Oh, 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 oh Wie die wackelt So ist gut Ich muss da ausweichen Alter Guck mal, wie weit er drüben ist Ich krieg das nicht hin Och, du warst doch schon nah dran Jetzt zieh, halt fest und drück ab Oh mein Gott Das ist so scary Ich will das höher Jetzt schieß ich an den Tisch Nein, du schieß sie direkt in den Hoden Ja, das ist genau so, bitte Ey, ich erschöpfe jetzt gleich Nein Nein Nein, du tust nicht Ich schwere, das ist so Oder warte, aber doch Du es doch Alter Können wir sagen, ich habe gewonnen Alter, Tauro, du hast einen ganz schön knacken Arsch Stimmt Ich habe gerade mal reingesumt Not bad Warte kurz Ich habe eine Idee Du kannst nichts Es ist das mit der Waffe Das ist so doof Warte, ich kann sie nicht nach hinten machen Oh Wow Das war krass Ich zieh's alle Ich zieh's alle Echt? Ich zieh's alle Ja Ja, was mach ich Dann ist es unentschieden Unentschieden Okay, dann restart ich jetzt, ja? Okay Nochmal die Lamp, ja, oder? Bis die zu Ende ist Bis wir die geschafft haben Ja Let's go Good luck, have fun Ja Same thing Nein, ich bin mal gezogen Oh Gott Ja, ich bin mal gezogen Und ich bin... Ja、 ich bin... ... Ja, ich bin... oh du musst du musst die waffe immer festhalten und mit der anderen hand schießen dann ist gut mein gott geht doch ein ich mache sobald ich betonte sie macht macht ihr sie weg auch schon geladen das ist nicht gut das sieht nicht gut aus guck dir das an guck hier das fingerspiel von edo aber ich habe das magazin glaube ich einfach falsch angefasst ich würde sagen wir wechseln noch mal die karte wir spielen jetzt nicht mal das gleiche dann ist gerade was leon da macht leon richtet leon verliebt eine waffe ich hatte gut fest kleiner doch leon gut ziel gut was die zeit der hatte ich noch jetzt ziehen ich bin drauf Ja, und jetzt schieß. Und halt fest. Oh nein. Leon, leg sie hin. Leg sie auf den Boden und schießt dann, glaube ich, oder? Also auf den Tisch. Das ist die falsche Richtung, Dizzy. Du musst gerade ausschießen. Schau mal, Toro, mein Schuss war gut, war? In den ersten 30 Sekunden gefiel. Alter, du Sau. Sieht eigentlich ganz gut aus. Leg sie auf den Boden. Ich schwöre, leg sie auf den Boden. So, richte sie dann aus, Leon. Leg sie vor dich und richte sie aus. Der Rückstoß badert sie auf deinen Bauch. Deine krassen Bauchhormoskeln. Federn die wieder ab, dann liegt sie auf den Tisch. Oh, Dizzy. Das sieht gut aus. Das ist Dizzy's Tod, glaube ich, jetzt. Wird dir gut aimen. Du kannst kaum verfehlen. What the fuck was that? Okay. Dizzy, du schaffst das. Du musst uns den Sieg holen. Scheiße. Schieß Leon ab. Leon, Leon, wenn du sie hochhebst, hast du eine... Dizzy, mit der anderen Hand kannst du sie besser wieder ausrichten. Du hast deine... Was hab ich dann? Du hast deinen Werte keinen Winkel mehr. Wenn du sie liegen lässt, triffst du immer zumindest. Dann musst du nur die Horizontale ausrichten. Weil wenn du sie einmal anhebst, dann geht das... Genau. Solange sie... Nee, jetzt hast du sie auf den Tisch geschossen. Nicht anheben. Komplett liegen lassen. Keinen Griff. Einfach hinlegen. Ohne Griff. Du musst dich schieben, Dizzy. Ausrichten. Auf den Tisch ausrichten. Und dann nur mit dem Finger den Abzug. Ich darf gar nicht festhalten. Verstehe, was du meinst. Dann hast du... Ja, die Richtung ist gut. Wenn du jetzt den Kolben unten berührst immer, dann dreht er sich genau wieder mit dich. Mausrad nach unten und dann immer mit dem Finger anstupsen. Ja, ja, ja. Ja, Edo! Warte, noch ein bisschen, noch ein bisschen, Dizzy. Perfekt. Perfekt. Dizzy, perfekt. Vielleicht sogar noch ein bisschen zurück. Mann, ey, Edo, deswegen... Oh, die Waffe ist weg. Du hast genug Zeit, Dizzy. Warum hast du denn nicht getroffen, Leon? Mann, Edo... Du hast eine Aufgabe, Leon. Waffe festhalten und schocken. Fuck. Edo! Aber ich hab's doch auch gemacht. Bei mir hat's geklappt. Ich hab's genauso gemacht. Dizzy, warum fing an, Edo? Weiter nach unten in den Fotik. Oh, Leon. Mit der Maus. Mit dem Ausrad. War dann nach unten, Dizzy. Du schaffst das. Das geht ja nicht. Der Daum ist im Weg. Leon, wieso hast du denn getroffen? Du kannst doch mit dem Daumen schießen. Oh nein. Oder mit dem linken Zeigefinger. Du kannst das Handgelenk drehen. Ja, so. Oh. Oh, ein bisschen drüber. Komm nicht dran. Und? Nach unten. Und dann hältst du's eigentlich. Leon, wieso hast du das getan? Und jetzt Sport, Alter. Ich hätte so getroffen. Knapp. Leon, du sabotierst unser Team. Ach, der Rido, ne? Der, die kann nicht schießen. Unser Vorteil, Leon, die sind beide voll kackgewössens. Kann ich mal ordentlich. Vielleicht schaffst du jemanden nicht mehr. Nee, ich mach grad das, was Tauro macht. Und das funktioniert einfach nicht. Also zumindest. Du musst weiter runter mit der Maus. Du musst richtig runterprügeln. Ja, oder du hältst die Waffe mit der Hand. Und dann tust du mit der anderen abziehen. Das geht auch. Was tut? Leon, Leon, ist deine Waffe sehr weit weg? Kommst du sicher so nicht rankommst am Boden? Ich hab's probiert. Okay. Die liegt halt eigentlich direkt neben mir, aber ich komm nicht so tief. Guck mal, Leon, ich halt mit mir selbst Händchen. Tja, das könnte jetzt nicht... Ich glaub, du musst eine andere Taktik machen. Da kommt man nicht dran, oder? Mit der linken Hand. Nee, meine ist zu weit weg. Kann man die Beine bewegen? Ist ja gerne, wenn man auch die Beine bewegen könnte. Um Sachen über den Boden mit den Beinen ranzuschleifen. Nee, der war rechts vorbei. Die muss wieder ein bisschen nach links ausgerichtet sein. Warum kannst du nicht callen, Edo? Ich hab doch gecallt. Nee, du hast gesagt, ich tue die Beine bewegen. Hey, ich kann dich nicht callen. Der Rächer hat eine Kamera, mit der er frei rumfliegen kann. Ich sitze hier noch. Das ist auch eine Kamera, mit der du frei rumgucken kannst. Das ist perfekt, Dessi. Dann ist er tot. Mit dem Kopf. Ja, die Bursche, wir sollten von hier die Winkel sehen. Mann, ey. Du siehst doch, wo die Kuchen einschlagen. Ja! Und jetzt musst du die Waffe bloß noch drehen in die Winkelsrichtung und dann ist sie vorbei. Muss man sich selbst auch noch töten? Und sie... Muss man sich selbst töten? Nee. Aber warum Waffe drehen? Das ist noch zu Ende jetzt, oder? Ah, nee, ich leb hier noch. Ach, scheiße. Wenn Dessi jetzt wieder tausendmal vorbeischießt, dann... Ja, ich hab mal wieder heilen, nun. Mich trifft dann nicht mal Eis, Mann. Der hat nicht mehr... Also, Dessi darf nicht mehr so viel Schuss haben. Noch zwei Schuss, oder so? Ja, ja, mach's mal. Oh, das Problem ist, du schießt, glaub ich, in den vorderen Tisch, ne? Nee, noch weiter, Dessi. Ich geb ihm Tipps, alter BSG. Deine Mutti krangelnde Jungle. Ich bin Meter, ja. Weiter drehen. Ich bin quasi... Ich bin die Pistole. Oh Gott. Pär... Oh Gott. Könnte klappen, aber ich würde noch ein bisschen... Nee, du musst viel weiter nach rechts, wenn du triffst. Oh, boah. Noch weiter nach links. Das ist geil für mich. Ja, ja, so ist gut. Und jetzt. Ja, boah, was? Ja, boah. Wow. Alter Schwede. Oh, Leon, ey, du bist schuld. Du bist schuld. So dein Call. Die ist aber weggeflogen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. So, jetzt können wir wieder zu einer neuen Map. Ja, neuen Map. Will ich wollen? Yes. Yes. Gigi hat die Kerri. Oh, Gigi. Obwohl, Edo hat mich halt wirklich weggeballert. 30 Sekunden hat sich weggeballert, ey. Moira, du hast mich so viel vorgelabert, ne? Ich wollte dich schon wieder anschreien, aber... Okay. Wollt ihr eine andere Karte? Ja. Weil die geil ist, aber ich würde die anderen kennenlernen. Ja, ja, ja. Wir können ja wohl was komplett anderes nehmen. Also, da gibt es ja auch andere Sachen noch. Äh, ja. Ich weiß nur nicht, weil wenn das jetzt so ein Ding ist, wie wir vorher hatten, wo man die Patrone da noch reinstecken muss, ist das... Ja, das ist egal. Das hört sich gar an. Ich will eine Patrone reinstecken. Nee, das willst du nicht. Oh, doch. Also, ich will einen Revolver. Ich will einen Revolver, wo ich eine Patrone reinstecken muss. Oh. Alter, das hört sich richtig schwer. Das hört sich vor allem auch. Wisst ihr, an was mich das erinnert, das Game? Kennt ihr diese beschissenen... Ich weiß nicht, wie diese Automaten heißen, auf so Jahrmärkten, wo du so Blühstilchen rausspielen kannst. Ist offen... Ist offen selber, Name Artillerie. Privat. Okay, okay, okay. Ähm... Artillerie. Ist das sortiert da? Ich glaube, nach dem Gerangel in den Jungle werde ich Fingerweltmeister. Aber ich brauche mir dann demnächst im Liebesleben echt keine Sorgen mehr machen. Was geht los? Immer so. Was? Mal kurz hier mal Szene wieder machen. Oh mein Gott, man kann laufen. Oh mein Gott. Das ist ja nur geil. Oh lol. Okay, wir müssen also... Warte kurz. Bevor wir loslaufen, wir restarten nochmal. Also... Ja, ja. What the fuck? Okay, Artillerie ist, glaube ich, richtig schwierig. Warte mal. Ich kann... Ich weiß ja nicht, wie viele Mechanismen es gibt, ne? Hey, ich kann nicht mal in dieses Game reintabben. Oh, ich muss aber neu starten. Sorry. Wo ist denn hier der Abzug? Von der Waffe. Hey, wie läuft man wieder? Mit mittlerer Monsterster. Hey, was macht der hier? Hallo? Hey, Leute, ich komm... Warte mal, hey? Ich komm nicht mehr... Was? Was ist denn? Wo ist mein Arm? Hey, wo ist... Oh, okay. Leute, ich komm nicht mehr ins Game rein. Ich komm nicht mehr ins Game rein. Wieso? Weiß ich nicht. Ich komm nicht mehr rein. Ich war da einmal drin, aber da ist ich mein Spiel aufgehängt und jetzt komm ich nicht mal rein. Multiplayer, Artillerie Battle, Joint Server. Name eingegeben. Play. Not found. Also, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu wild ist hier. Das ist too much, Alter. Ich krieg die Waffe, ich krieg den Dings nicht mal da rein. Ja, lass uns das. Ich will das spielen, aber ich komm nicht rein. Wir müssen auch noch eine neue Lobby aufmachen. Tut mir leid. Wir brauchen eine neue Lobby. Chat sagt, ich komm nicht rein, weil gebannt so schlecht. Ich hab echt, ich komm nicht rein. Ja, Bild hoch. Sag mal Toro, er hat wieder die falsche Szene drin. Ja, ist ja schon gut. Ist ja schon gut. Alter, ich hab mir gar keine Kraft, das Ding hochzuheben. Ey, wollte ich grad sagen, die Scheiße hängt halt durch wie... Ja, das musst du im Tech-Team machen. Tech-Team. Aber ihr müsst mich mal reinlassen, ich will auch spielen. Mann, das... Okay, das ist richtig dumm. Create-Server, ich mach wieder genau denselben Scheiß. Baaan. Danke. Na klar. Anderer, gleicher Name, anderer Name, neuer Name. Neuer Name ist besser. Oh nee, selber gleicher, selber Name. Echt? Okay, okay. Alter Schwede, ist offen. Galerie ist richtig dumm. Richtig dumm passt aber gut zu uns. Da müssen wir uns aber gegenüberstehen, ne? Das ist ja richtig dumm. Das hab ich not found. Ja, wir brauchen einen neuen Namen. Ich glaube auch, wir brauchen einen neuen Namen. Nee, warum? Habst du den Haken rausgemacht? Ja, ja. Nee, wir brauchen einen neuen Namen. Ja. Tu mir leid. Edo. Ich hätte ihn auch gespoilert gerade. Ich hätte ihn auch gerade gespoilert gerade. Ich sehe schon, der gleich kommt DDoS. Das ganze Spiel ist down auf Steam. Also wir führen jetzt mit einer Runde, sehe ich das richtig? Ja, wir führen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nur, dass ich Toro getötet habe. Wenn das ja vergeht, dann bin ich da. Ist wieder Artillerie, ne? Ja. Artillerie-Wette, Joint Server. Noch nicht auf den Knopf drücken. Soll ich komm rein? Ich bin auch drinnen. Ich bin drin. Jetzt muss ich nur kurz gucken, dass ich mal die Szene wieder aktiviere. Und dann hat sich... Ey, warte mal. Geht's schon los? Ja. Also wir müssen uns aber nicht bewegen. Warte mal, okay, ich bewege mich nicht. Warte mal, wir müssen mal kurz abklären. Wer ist denn wo? Ich winke, hallo. Ah, da ist Leon. Ich bin hier drüben. Ja, du guckst zu mir. Okay, okay. Dizzy, wo bist du denn? Ah, okay, jetzt bin ich da. Diese Musik, Alter, voll laut. Bist du gerade vorgebeugt an das Ding? Ja. Alter. Da ist Dizzy gegenüber von dir, Toro. Wie soll das denn gehen? Alter, ist bei euch heute die Musik so laut? Nee. Ja. Dann mach dich doch leiser. Aber geht doch hier nicht mehr. Du musst wieder raus. Game Sound, Windows Sound. Achso, ja. Toro, wir können Plätze tauschen. Können wir da rüber gehen? Ja, ich lauf gerade nicht. Nee. Nicht? Doch, doch. Du hast womit Shift gedrückt zum Sprinten, oder? Ah, nee, hier ist noch nicht verwandt. Oh, es geht nicht. Okay. Oh, shit. Ich hab schon eine Patrone. Ich hab schon richtig viele Patronen verloren. Kann ich? Stopp, alt! Stopp, alt! Also, was muss ich hier machen? Ich kann laufen, ich muss Patronen machen und ein Fett einschließen. Ich muss ein fettes Ding ins Rohr laden. Oh, das kann ich. Was, wenn so ein fettes Ding runterfällt? Du hast noch genug andere da. Achso, der ist explodiert nicht, ja? Nee. Achso, wahrscheinlich so wieder, ja. Ich kann sich echt auf Beine wechseln, ey. Aber wenn ich jetzt rüberschieße, wen treffe ich denn dann? Mich. Äh, okay. Und was machen wir dann? Also, wie ist das Ziel? Nein! Jetzt hab ich das... Oh, ja, toll. Wer ein Ding abgeschossen bekommt? Wer zuerst jemanden tötet? Ja, kann man machen. Das Team gewinnt? Also, ich muss Leon töten? Du kannst das Ding auch drehen. Kannst du? Ja. Ja, müsste ich eigentlich gehen. Man kann das Ding bewegen. Echt? Ja. Alter, das treffen wir doch niemals. Vielleicht nehmen wir doch... Wir haben nicht mal geschafft, scheiß Gewolle bei einem Raum zu drehen. Jetzt wirst du eine Artillerie drehen oder betreffen. Ich bin ja scheiße, ernst. Mann, was ist denn das hier? Welchen Arm hab ich jetzt gerade? Nee, die muss klappen. Okay. Äh. Ich hab... Wie gedreht? Okay, warte mal. Keine Ahnung. Das frag ich mich auch, wo der... Ich bin drin! Nein, wie konntest du denn drin sein? Wo bist du drin? Ach, scheiße. Jetzt darf ich rüberlaufen. Ich wollte zu euch rüberkommen. Wollte auch Sachen klauen. Hey, ich kann die nicht vom Boden aufheben? Was ist das denn? Doch, warte mal. Ich kann sie drehen. Meine Arme sind gebrochen. Ich kann sie drehen. Oh, ich weiß, wie man sie dreht. Wie? Oh, ich weiß, wie man sie dreht. Okay, die ist gleich auf Toro ausgerichtet. Warte mal, mein Reste Arm ist gebrochen. Stopp. So, warte mal. Ich bin ein Händ ab jetzt. Ein bisschen nach. Mann, jetzt geh weg, Arm. Oh, ich glaube, die zieht auf Toro, oder? Oh mein Gott. Ich hoffe, mich zu schießen, Arsch. Ich hoffe, ich habe mich auf dich geschossen. Natürlich. Nein, auf mich wurde geschossen. Ach so. Warte mal, zieht das auf Toro? Ich kann hier durchgucken. Zieht das auf Toro? Fast. Ein bisschen nach rechts noch. Wie hast du den hier reingeschickt? Ganz ehrlich. Ne, ein bisschen weiter nach rechts. So. Edo? Ja, perfekt. Ja? Schießt du gerade? Noch nicht, nein. Ich habe erst neu ausgerichtet, ich muss das Ding erst mal laden, aber ich habe jetzt Toro im Visier. Okay, sehr gut. Hey. Ich verrate doch nicht meine Geheimnisse. Das ist richtig schlaff bei mir. Das ist halt super schlaff. Hä, wie soll denn deine Finger so komisch? Wie habt ihr denn die Geschosse aufgehoben? Jetzt fragt er, nachdem er gesagt hat, verriert seine Geheimnisse nicht. Wie meinst du? Also, wie hast du so ein Geschoss in die Hand gekriegt? Einfach genommen, gegriffen. Ja, aber wie kriegst du das denn da rein? Nein, ich krieg das nicht angehoben. Du brauchst halt Kraft im Unterarm. Aber wie kriegst du das? Die sind voll riesig. Mit zwei Armen oder mit einem Arm? Mit einem. Du hast das Ding mit einem Arm hochgehoben? Ja. Junge, ich habe Spider-Man-Finger. Holy shit. Hä? Was ist das denn gemacht? Portet. Ja, ja, ja. Ja, ja, er ist doch nicht useless. Äh, äh. Das ist so dumm. Können wir in der anderen Map spielen? Die ist richtig doof. Nein, Mann. Nein, nein. Ich habe das Ding gegriffen, Alter. Ich habe das riesige Ding in der Hand. Was ist mit deinem Arm los? Dizzy, gib mal Bestätigung. Was ist denn da drüben los bei dir? Na, ich habe schon geschossen, das erste Mal. Wie hast du die? Gib mir mal einen Tipp, wie ich die am besten reinmache. Wo greife ich die? Na, mit zwei Händen hochheben. Mann, mein Arm ist gebrochen. Ich kriege die Waffe nicht so hoch. Das ist das Problem. Was ist denn hier? Habe ich mich wieder ent... Oh, das sieht so ungesund aus. Holy shit. Oh mein Gott. Warte. Es wäre da. Ich habe meinen Arm wieder. Ne, habe ich nicht. Warte mal. Ich bin von überfordert. Hä? Wackele das mal richtig festhalten. Ist ja doof. Ja, bei mir wackelt der die ganze Zeit mit rum so. Nein, nein, ich übertreibe. Alter. Oh, der hat ganz schön starke Handgelenke eigentlich. Alter. Da schießt jemand. Ah, vorbei. What the fuck? Wieso? Das ist eine scheiß Artillerie. Wo ging das denn hin? Irgendwie so links neben mich. Nein. Hä? Mann, mein Arm. Ich habe nur einen Arm. Das ist... Warum? Mein Arm ist wieder back. Ich bin... Oh mein Gott. Endlich. Ich habe meine finale Form erreicht. Ich kann beidhändig... Ich habe mich nicht gedreht, Alter. Ich schwöre, ich kacke so ab hier. Das funktioniert überhaupt nicht. Ich habe eine Idee. Schlauzi, ich muss mich konzentrieren. Sorry, aber ich muss richtig reinschwitzen hier. Ich will nicht schon wieder verlieren. Ich spürze, ich spürze. Ich spürze. Ich spürze. Ich spürze. Das ist unangenehm. Anders unangenehm. Oh mein Gott. Ich habe es drin. Ich habe es drin. Scheiße. Wer ist denn das Ding gedreht? Ich bin... Ich habe das richtig... Ich habe das richtig... Ich habe schon ausgerechnet. Ich muss nur noch schießen. Alter, ich werde eh du, Alter. Das ist doch schieden. die waffe hier wieder runter ich muss nur das ding reinkriegen mann ich krieg das ding nicht rein ich krieg meine ich heb gerade meine hand so komisch in den himmel dass dafür werde ich gebannt hier ich krieg meine hand nicht unter das ist das doof wie ich hab das ganze ding aber weggeworfen ich hasse mein leben diese beschissene kacke ich hab alles ausgeregt aber ich krieg das ding nicht gehoben wie drehe ich das denn kann ich einfach so geht okay lass mal ganz kurz die europa wie machen sie nicht so schlecht aus oder oh nein ich hab's gedreht man noch bisschen noch bisschen noch wie schieße ich vermute ich mit dem ding da die koppel drehen oder warte mal oder der griff wie dreht man die waffe das musst du rausfinden toro sieht gut aus jetzt steck ihm rein verdammt es greift doch zu man das ist höher Ich war jetzt schon auf Edo ausgerichtet, ich hätte bloß was schießen müssen, aber... Nein, ich hab's ja verloren. Ich war jetzt auch auf den Rächer ausgerichtet, verdammte Scheiße. Jetzt, deine Chance, du musst Leon wegmachen, das ist genau dein Bogen. Oh, ich dreh durch, ey. Leon, komm mal. Noch mal. Leon hat keine Munition mehr, alles gut. Ey, ich bleib so schnell nach. Was ist das denn hier? Bist du doch Leon? Du Powerlader. Ich geh die Munition gar nicht. Null. Du bist ja auf jeden bisschen ausgerichtet. Auf jeden Fall hat's nicht mehr unter Kontrolle, ey. Du bist auf Leon ausgerichtet. Warte mal, hat der genau auf mein Geschütz gezielt? Guck mal hier, wie er cheatet, der Leon hat da... Hä? Ja, der hat genau auf das Geschütz gezielt, der sieht. Nur so zur Info. Ähm, okay, what the fuck? Geh du auch, was machst du, oder? Der hat mit beiden Händen noch hinten angegriffen. Ich versuche die Waffe zu laden, wie so. Ich bin voll überfordert. Man kann ja auch nicht schnell hinfliegen. Ich guck jetzt gerade Leon zu. Ich hoffe, dass Lizzy jetzt einfach ihn richtig schön wegschottet. Leon, was machst du denn gerade? Ich versuche zu laden. Okay. Alter, man, come on, was ist das? Das ist so schwer, das Loch zu treffen. Ja, ich weiß. Meine Hände sind verpackt. Richtig nach vorne, einfach so auf drehen, bis es wieder kommt. Ist denn die Waffe geladen bei dir, Lizzy? Ja. Ja. Also du musst bloß den Hebel ziehen, oder was? Ja, ich komm auch mal nicht an den Hebel ran. Ich hoffe auch viel Glück einfach zu treffen. Weil meine Arme sind, äh... Du musst das Handgelenk, glaub ich, drehen, damit der Arm wieder richtig wird, oder so. Nach links und nach rechts, oder so. Ja, und jetzt rumdrehen, glaub ich. Ja, die eine Hand müsste ja reichen zum... Die Hand ist wieder in Ordnung. Nein, oh fuck. Oh, Lizzy, du bist viel zu hoch ausgerichtet. Du bist so klein. Alter, ich hab schon zweimal auf Leon geschossen. Ich hab schon zweimal auf Leon geschossen. Und beides mal vorbei. Du musst nach unten. Du musst nach unten. Nein, 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 nein. Du bist so hoch. Ey, ich hab, ohne Schein, ich hab schon dreimal verfickte Scheiße da rüber geschossen. Mit Artillerie. Ja, du bist so hoch, du. Der muss nach unten, die Kurbel. Ist eh vorbei, hab keine Munition mehr. Oh. Also, die liegt halt unten auf dem Boden. Ja, aber da ist das Drehding, ne? Ja, das weiß ich. Aber vorhin habe ich ihn nicht getroffen. Und dann habe ich ein bisschen gekurbelt. Okay, ich muss mal die Munition richtig anpacken. So geht das hier nicht. Edo, jetzt steck die Munition da rein. Junge, voll schwer, Leon. Ich habe einen Krüppelarm. Und ich weiß nicht, wie ich den ausfahren soll. Wie fahre ich noch meinen Arm wieder aus? Hä? Der hat einen Krüppelarm. So ist gut, Dizzy. Ja. Ja. Du kannst sie aber ducken mit Zähne. Kommst du da nicht ran? Oh. Was? Die waren da drin und die sind einfach weg. Oh mein Gott, ich hasse dieses Spiel. Die ist einfach weggepackt. Arm nicht mehr. Unter Kontrolle. Ich habe keine Arme mehr. Ich habe meine Arme nicht mehr gesenkt. Ich habe keine Arme. So, jetzt aber wieder. Ich habe keine Arme mehr. Also gar keine mehr. Ja, welcome to my life. Äh, was? Ist meine Arme unsichtbar? Ihr müsst die Handgelenke drehen. Also bei mir passiert einfach nichts mehr, wenn ich meinen Arm bewege. Also gar nichts. Einfach ein... Wir könnten das auch als unentschieden werden. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist ein easy win. Ich habe es, ich habe es, ich habe es. Okay, Edu, rechte aus. Okay, ich habe es doch nicht. Edu? Ich dachte, ich habe es. Ich habe einen Arm wieder. Irgendwie. Ich habe wieder beide Arme. Okay, ich bin bereit. Dissi, was tust du da? Ja, nein, ich muss ja die Sachen aufheben. Meine Kamera ist auch buggy. Ich sehe nicht, was mein Arm macht. Okay, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Alter. Dissi ist einfach der Schlangenmensch. Mein Arm ist schon wieder weg. Hast du sie? Nein, noch nicht. Kannst du die mit den Füßen anstoßen? Dass du sie vielleicht zu den Kisten bringst und dass sie dann höher kommt? Nein, du kannst sie nicht mehr anheben. Auf dem Boden. Okay, das ist dumm. Jetzt geht er rein! Oder wir machen ein Timelimit. Ich habe geladen, okay. Okay, du bitte, ziel gut. Okay, okay, okay. Ich muss da auf dem Lügensteckensteater sehen. Wenn Dissi jetzt noch eine Waffe, eine Munition hätte, du wärst da geladen. Ich habe schon dreimal geschossen, Alter. Und er hat dreimal nicht getroffen. Ich habe einfach nichts geändert. Ich habe nur ausgerichtet. Ja, siehst du? Und ich habe dreimal auf dich geschossen und du standst dreimal nicht an deiner beschissenen Waffe und bist nicht gestorben. Ja. Du musst auf dem Ende stehen. Oh Gott. Die Waffe? Hä? Warte mal. Wieso schafft ich gerade meine Waffe nicht auszurichten? Also ich kann nichts mehr machen jetzt. Bei mir ist... Ich kann die Dinger nicht vom... Meine Arme sind auch komplett rip. Ja, aber ich kann auch. Ich habe auch geladen. Ich habe gleich. Ja, Edo, dann zieh. Ich muss da meine Waffe ausrichten. Was ist Edo da hinten? Ich gehe mal bei Edo gucken. Sekunde. Kann ich nicht. Dissi. Warte mal. Ich habe es gleich. Ja, versteck dich. Ich habe es gleich. So, warte mal. Das passt noch ganz... Mach die Arme runter. Mach die Arme runter. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich bin froh, dass ich überhaupt meine Arme bewegen konnte. So. Zeig Mittelfinger. Lass mir doch den Mittelfinger rauskommen. Warte mal. Dissi. Einfach 200 IQ. So, warte mal. Das passt noch nicht ganz. Noch ein bisschen nach da. Okay, das kommt jetzt auch weg damit. So, jetzt. Leon, wohin hast du gezielt? Ich habe genau auf die Kanone gezielt. Warte mal. Zieh ich auf richtig? Ich sehe ihn da nicht. Ich sehe ihn nicht. Er versteckt sich. Ist das so? Er versteckt sich hinter der Kiste. Hinter der Kiste. Hinter der grünen. Versteckt sich richtig? In der grünen Kiste. Geh weiter, sind sie schnell. Ist das wirklich? Ich ziele richtig, ja? Ja, ja. Sprich mal. Ne, warte, lauf mal hin und her. Lauf mal hin und her. Bis ich sehe, dass du es auch bist. Ich bin hier drunter. Ja, okay. Okay, sehe ich es. Okay, ich glaube, das ist richtig. Komm, Edo. So kann ich ihn treffen. Bist du gut ausgerichtet? Es ist vorne an der Kiste. Es ist eine Kanone. Aber gerade von der Kanone ist er. Er läuft weg, Mann. Da wurde er erreicht. Jetzt hat er nicht. Verloben. Das ist voll gemein. So, wie benutzt du das Ding denn überhaupt? Du hast links vorne einen Hebel. Den musst du ziehen. Links vorne? Muss ich vor die Kanone gehen wieder? Nee, nee, nee. Also, wo du reingeladen hast. Ist links so ein Hebel zum runterziehen. Ah ja, da. Warte mal, rechts oder links? Links. Der, links der. Ich habe links und rechts einen Hebel. Ja, rechts ist ein Kurbel, links ist ein Hebel. Okay. Och, fuck, Alter. Soll ich das schaffen, diesen Hebel zu betätigen? Du musst relativ nah dran dafür. Und dann, dann geht das. Mann, in meinem Arm packt immer weg. Ich kann nicht. Ey, ich hoffe zu flüstern. Was weiß ich nicht, ich verrat, wohin ich ziele. Geh doch ein bisschen näher rein an die Kanone, Mensch. Warte, Edo. Hey, verfehlt. Alter, das ist neben dir hochgegangen. Mein Game ist gecrashed. Das ist neben dir hochgegangen. Wie kannst du da noch leben? Mein Game ist gecrashed. Alter, Alter. Okay. Abbruch. Ich hab's brauchen. Das ist unentschieden. Ich habe noch, gib mir noch vier Stunden. Ich habe noch 20 Stunden. Nein. Soll ich jetzt restarten oder was? Oh, ich hab dich getroffen. Wir machen einen anderen Game-Modus. Der ist so hart. Ja, ja. Bitte, ich hab gewonnen. Also, ich hab einen Kill gemacht. Ja, hab ich vor uns auch. Bei dem Schießen. Hat auch nicht gezählt. Das war kurz cool. Mexicans. Oder? Nee. So ist mal nix hier. Wollen wir Wild West nochmal machen? Wild West war ohne Nachladen, ne? Genau. Doch. Da musste man hinten den Himmel, den Dings hier, Bolzen nachziehen. Hm. Müsst ihr sagen? Äh. Was ist der Unterschied zwischen den verschiedenen? Na, also der eine, den wir ausgewählt haben, da musste man eine Patrone in die Trommel stecken, aber da ist ein Magazin reinstecken, ist ein Segen dagegen. Naja. Also das ist richtig hardcore. Und bei Wild West liegt halt ein Revolver auf dem Tisch, den musst du nur in der Hand nehmen und du musst hinten den Haar entspannen. Okay, ja, dann machen wir das. Hm. Okay. Dann nenn ich den jetzt wieder so. Mach schon mal die Szene wieder weg. Ja, wär schön. So, dann geh ich jetzt auch nochmal schnell auf Toilette. Ich bin auch gleich wieder da. Ich nenne den Haar's genommen. Äh, der steht im Discord wieder, der selbe. Der letzte. Genau, der letzte. Der letzte, okay. Bin gleich wieder da. Hm, Edu ist schon da. So. Hä? Warum ist Edu hier und Dings nicht da? Wo ist denn Dizzy? Hä? Wo ist denn Dizzy? Äh. Stimmt. So, was macht ihr jetzt? Ich muss jetzt wohin joinen? Nee, mach jetzt nicht ready. Wohin muss ich joinen? Ähm. Äh. Neuer Name? Der letzte Name. Wild West. Und dann Wild West, genau. Ich sollte mal neue Namen machen, glaube ich. Nö, das passt. Okay. Soll ich sagen, Szene beim Brecher? Oh. Hallo? Oh mein Gott, Edu. Ja, das ist einfach nur eine Scheiße. Nee, lass mal. Aber den anderen Modus, der mit dem Trommelrevolver, der Mexican Stand-Off, der war auch übel, weil dann sitzt du an einem Tisch mit vier Leuten. Edu, nimm mal eine Hand. Äh, ja, da. Hier. Äh, äh, äh. Ja. Oh Gott, Entschuldigung. Was? Alter, ich bin allergisch gegen irgendwas hier. Hier ist hier Heu oder so, in dieser komischen Spelunke. Ich komm nicht ran, du bist zu weit weg. Aber ich kann versuchen hier, warte mal, ich geb mal, ich geb mal Toro oder Backpfeife. Nee, lass das mal. Oh, shit. Alter, ey, nicht. Alter, wer Bier vergießt, wird aufgespießt. Ja, das Glas ist einfach rumgeschmissen. Ey, ich hab dich anzufassen. Ich mag das nicht. Fass mich nicht an. Nee, du. Ich fass dich jetzt an. Fass mich nicht an. Ich mag das nicht. Ah, so eine Scheiße. Oh, was fasst du da? Fingerfertigkeit. Gib mir. Ich Piano spiel. Spiel auf meinem Arm Piano, los. Ha, ich hab dich. Ich hab dich. Warte, kann ich dir echt catchen? Guck mal hier, ich hab ins Loch geguckt, ja. Warte mal, warte mal, mach du mal. Warte mal, ich hab ne Idee. Warte, lass mal los. Lass mal los. Lass mal machen folgendes. Warte mal. Mach du mal. Mach du mal ein... Ich mach den hier. Ja. So? Ja. Ich hab so ein bisschen zu jung für, Leon. Oh Mann, ey. Oh Mann. Schön mit dir, Toro. Hey, Toro. Ja? Reingeguckt. Du Arschloch. Ich geb mir selber eine. Patsch. Ach, nee, ey. Reingeguckt. Wie kann ich denn das Handgelenk drehen? Mit Rechtsklick. Mit Rechtsklick. Nee, aber es kann ich nur nach rechts, links drehen. Wie kann ich das andersrum drehen? Nee, du kannst... Nach oben und nach unten die Maus. So, ja. Warte mal. Ja, aber ich geb das andersrum. Wenn du es die Hand anders... Ach so, warte mal. Wie hast du das jetzt gemacht? Ach so. Ja, ja, okay, verstehe ich das. So wie du die Maus bewegst, ne? Und dann so. So, so. Aber es ist eigentlich invertiert. Wir machen es rechts, links und links, rechts. Hü safety. Tommy wieder da. Warte, ich mach Fingerpistole. Seid ihr alle mit drinne jetzt oder nicht? Wir sind zu dritt drin, ja? Hast du wieder einen falschen Raum? Wir sind hier drin in dem Raum. What the fuck? Bin ich bescheuert? Okay, dann join ich da jetzt mal hinterher einfach. Leon wieder. Der Raum ist nicht gefunden. Dann mach es doch nochmal auf. Dann kommen wir nach. Okay, sorry Leute, my bad. Ich glaube, da müssen wir einen neuen Namen nehmen. Ja, das kann sein, ja? Dann nehmen wir einfach... Also wir führen immer noch 1 zu 0. Ja, das ist jetzt die entscheidende Runde, die jetzt kommt. Aber das ist ja unentschieden. Ja, genau. Also wenn wir jetzt gewinnen. Ja, ja. Okay, Toro ist draußen. Ja, wenn wir jetzt gewinnen, haben wir gewonnen. Overall. Das stimmt. Ja, ja. Also jetzt bring ich an Toro. Ich versuche, mach nicht weg. Ich sitze richtig scheiße. Du bist richtig gut in den Fingern geworden, Edo. Was heißt das? Heißt das, dass ich es früher nicht war, oder was? Hier steht einfach einer. Okay, der welcher ist da. Habt ihr schon einen neuen Namen? Ich hab mir gar nicht drauf geachtet. Ja, der steht im X drinne? Aber ich bin... Warum bin ich... Ich bin, glaube ich, der schlechteste Streamer, wenn man so umgeht, irgendwelche Server zu joinen. Ja, ich bin... Ja, aber ich wollte gerade sagen. Du bist halt wieder 10 von 10 daneben. Wie heißt aber der Name? Steht im Discord. Steht im Discord. Nein, der Name von dem... Oh! Wild West, hallo! Oh, ich bin so schlecht und sowas, ey. Hallo! Oh, ich bin bei deinem letzten Ende. Irgendwann wird mich keiner mehr einladen. Weil ich es nicht hinkriege, ey. Oh, brühe meine Hand, zärtliche Leon. Dankeschön. Oh Gott, Leon ist da drüben. Das ist auch so richtig... Oh, ich muss... Warum muss ich schon wieder gegen Edo? Das ist doch unfair. So, das dann heißt. Hat sie ihm gar nicht gefallen? Was muss ich machen? Hey, warte mal. Es geht schon los? Ja. Was muss ich tun? Ist das... Ist das denn geladen? Nee. Das muss hinten den Bolzen ziehen. Alter, das ist Biom geworfen. Holger! Das ist geladen. Was muss ich ziehen? Ich gucke... Ja! Ich weiß nicht mehr, was ich machen muss. Ja, den Revolver aufsammeln und den Hahn spannen. Was ist das Problem? Ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert. Das war die Rache. Von vorn. Oh, shit. Oh, rude. Leon, klein ab. Ja! Ja, ist fein! Achso, man sieht gar nichts. Aber das zählt nicht. Das zählt nicht, Leute. Nee, wir machen Ries. Das zählt nicht. Das zählt nicht, Leute. Das war ein bisschen gut. Das zählt nicht. Das ist wieder die Musik-Infinite-Laut, gefühlt. Okay. Restart. Okay. Restart. Tut mir leid, ey. Okay. Alle ready? Ja. Also, pass auf, noch mal für euch zur Erklärung. Ja, da liegt der Revolver. Und ihr müsst hinten den Dings spannen. Also den Hahn. Den müsst ihr spannen. Die Waffe ist geladen, aber die müsst ihr spannen. Aha, verstehe. Okay. Ja, verstehe. Okay. Wild West, okay. Let's go. Scheiße. Oh, nein. Nein, nein, nein. Hat mich, hat mich kill ihn. Fuck. Fuck. Stark. Kill ihn. Stark, Leon. Oh, ich hatte es schon. Ich habe mich schon gespannt. Ich habe mich überlegt. Los, kill ihn. Fuck, ich hatte ihn fast. Jetzt kannst du, lass dir Zeit, lass dir Zeit, lass dir Zeit. Mach vorsichtig. Ich kann dir beim Ausrichten helfen, Leon. Viel weiter nach links. Viel weiter nach links. Noch ein bisschen nach links. Noch ein bisschen, auch ein Stück hier noch nach links. Hey, hilfst du mir auch, Dinsy? Was soll ich dir jetzt sagen? Du musst die Waffe anheben, du Pfeife. Was soll ich dir da helfen? Jetzt, jetzt, warte, bis nach rechts. Jetzt, jetzt, jetzt. Nein, 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 nein. Schieß. Oh, yes. Fuck, es war so close. Corona, du musst die Waffe aufheben. Ich brauche dir nichts ausrichten. Links, nach links, nach links, nach links. Genau, jetzt nach links. Nach links ein bisschen. Warte, ich muss erst mal. Sag, wenn du fertig bist. So, warte mal. Jetzt ein bisschen, jetzt ein bisschen nach links. Nach links, nach links. Ja, so, nicht zu gut. Bis nach rechts, bis nach rechts wieder. So, ist gut. Stopp, 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 stopp. Ja, jetzt. Nein. Da liegt noch eine, neben dir. Nehm dir, liegt noch eine. Zu spät. Ja, warte, bis nach rechts. Bis nach rechts jetzt. Jetzt, schieß. Oh, what? Du hast ja nicht getroffen. Okay, nochmal, warte mal. Schön Toro, schön. Daten durch. Warte mal, vielleicht schieß du zu hoch. Sekunde. Was denn, Geiler? Die ist weggeflogen. Okay, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Beide Gewölbe verloren. Okay, ein bisschen Sekunde. Du kannst mit der Kamera direkt in den Lauf reingehen. Geh mal direkt in den Lauf rein. Du kannst jetzt ausgleichen. Okay, warte mal. Ich geh jetzt direkt in den Lauf rein. Okay, perfekt. Warte mal. Ich bin, Sekunde. Ich bin jetzt im Lauf, warte mal. Ich bin im Lauf drin. Ja, du musst ein bisschen nach links. Sekunde. Ja, warte, warte, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich geh wieder rein. So könnte es passen. Sekunde. Ich muss kurz checken. Hier ist O-G-Mass-Straids. Ein bisschen nach rechts musst du. Jetzt, warte mal. Jetzt stopp, stopp, stopp. Und so könnte passen. So könnte passen? Ja. Ja, go. Das könnte. Nee. Go, 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 go. Nee. Perfekt. 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 GG. GG. Ich wollte noch das Glas nehmen zum Schützen. Let's go. Waren wir das jetzt hier Entscheidung? Nein, jetzt noch eine andere Map. Nee, das muss was anderes nehmen. Das steht jetzt 1 zu 1. Ja, eine Map. Wir müssen mal noch was... Wir nehmen diese eine Map, wo man die Patronen einzeln reinsetzen muss. Nee, Maga, das willst du nicht. Das willst du nicht. Das willst du wirklich nicht. Trust me. Echt nicht? Warte mal. Wir haben das letzte Mal, das war nämlich... Das war nämlich Mexican Stand-Off. Oder war das Mafia? Das könnte Mafia gewesen sein. Nee, Mafia war was anderes. Was war denn Mafia? Oh, fuck. Ach nee, Mafia war dieses Spiel mit den Karten und etc. Okay, ich habe eins gefunden. Chad hat sich was ausgesucht. Gunfighter. Chad hat sich was ausgesucht. Ist wieder derselbe Name. Ist, glaube ich, witzig. Wie heißt das Game? Also die Map? Grenade Spam. Grenade Spam, okay. Das war sehr stark von euch gespielt. Intraner. Danke. Oh Gott, müssen wir Granaten werfen? Oh, scheiße. Warte mal, eine Proberunde wieder? Ja. Eine Proberunde. Okay. Man kennt das nicht, ja. Eine Proberunde. Das ist ein Schlossmann. Wir müssen Granaten werfen. Das ist ein Schlossmann. Ich kriege meine Arme nicht unter Kontrolle. Ich kriege, warte mal, habt ihr die Kiste aufgekriegt? Nein. Warte mal. Warte mal. Das Ding ist doch nicht weg. Oh, die Kiste geht auf. Du hast das gemacht? Musst das Schloss abmachen? Ich tue einfach die Hand gegen und nach oben drücken. Die was? Die Hand gegen pressen und nach oben drücken. Also nach oben ziehen. Ja, mache ich, aber ich kriege die halt nur so Mühe auf. Ja, dann musst du die andere Hand nachziehen oder so. Alter. Alter, ich kriege meine Hand nicht mehr mehr unter Kontrolle. Das ganze erste Anfang. Hey, da unten ist dieses Schlosshalter und das rastet halt komplett aus. Puh. What the fuck? Toro, Szene. Oh, äh, sie muss auch? Nee, hab ich. Okay, meins ist offen. Alter, ich kriege das nicht auf. Sie ist halt auch offen. Alter, man muss... What? Okay, ich hab sie gerade. Alter, ich hab sie. Okay. Hä, ich kriege die Kiste nicht auf. Edo, die Frage ist jetzt, welcher bist du? Fuck. Ich bin ja der Versuch, wie so eine volltrottliche Kiste aufzukriegen. Ey, wirklich? Bei mir geht das nicht. Okay, das, Edo. Doch, das geht schon, aber das ist ganz schwer. Du hast nur angefasst. Was passiert, wenn ich... Einfach immer auf den Deckel? Ich muss doch das Ding hier halten, oder? Und bevor ich den Stift rausziehe. Das Ding... Ja, und das muss man ja auch wegschmeißen, das Ding. Ja, what the fuck? Okay. Mein Gott, das wird halt... Absoluter Tod. Okay, warte mal. Fuck. Müssen die erstmal drehen. So, jetzt ist das eingerastet. Hast du die Kiste aufgekriegt? Ja. Echt? Wie hast du das aufgekriegt? Scheiße, ey. Was ist das? Ich krieg den blöden Stift nicht rausgezogen. Alter, ich krieg die beschissene Scheißkiste nicht auf. Edo, du kriegst das hin. Ich hab wirklich einfach die mit der Hand gegen, gegen die Kante oben und bleib dann nach oben gedrückt. Und als es dann ein bisschen offen war, hab ich die andere Hand genommen und quasi den Spalt offen gehalten damit. Ich krieg den Stift nicht raus! Ich war doch schon drin mit dem Daumen! Oh, ich hab die Kiste offen. Okay, wie soll das denn jetzt gehen? Wie wirft man das Ding? Ich hab's auch locker aufgekriegt, war gar kein Problem. Ich weiß ganz klar, was ich hier tue. Ich hab keine Ahnung, wie man das wirft. Nein! Scheiße, ich hab meine Granate fallen. Oh, oh. Das sieht gut aus. Okay. Ich glaube, das geht so. Oh, Dizzy, ey, Mann. Einfach mit dem Ring gerade... Oh. Okay, warte, ich hab' ne Idee. Alter, ich fett pickere ich halt richtig rum. What? Warte, und wenn ich das hingezogen hab, was mach ich dann? Dann musst du sie werfen. Du musst dich werfen. Du musst jetzt den Henkel halten, damit die nicht hochgeht, glaube ich. Das glaube ich, ich berichte den Granaten zumindest. Das stimmt. Oh ja, es funktioniert sogar. Hast du den Stift raus? Edo? Nee, aber ich hab den Henkel, der bewegt sich, wenn man den Fingern drauf geht. Tut er wirklich? Ja, ja. Und ich hab jetzt meinen Finger auf dem Henkel drauf. Okay, warte mal. Die Granate ist an meinem Daumen. Oh Gott, am Stift hängt die gerade, an meinem Daumen. Oh Gott. Der bewegt sich bei mir nicht, Edo? Bei mir schon. Da hätt er sich wirklich bewegt. Oh, ich hab' den Stift draußen. War's gut, Rächer? Aber wie wirfst du die? Die sind schon vorbeigeflogen. Wie hast du den geworfen? What the fuck? Wie hast du den geworfen? Okay. Ich hab' den einfach ge-heatet. Aber wie? Ich heete auch. Meine ist auch, hör' die. Hier, nimm das. Scheiße! Ey, wo ist die hin? Oh, mein Kind! Die war sehr close. Die war sehr close, ja. Oh! Oh! Durch deine Granate! Okay. Durch deine Granate ist mein... Mein Stift ist schon wieder abgestürzt. Durch deine Granate ist mein Stift rausgeflogen. Wieso zieht er den Arme wieder zurück? Was? Durch die, die ich geworfen habe? Ja, da ist ein Stift von meiner Granate rausgeflogen und die hat mich getötet. Spann schnell nach. Okay, das ist richtig geil. Okay, Grenade Spam. Komm hinterher. Oh, it's not found again. Okay, wenn ihr euch eingespielt habt, dann müssen wir einen neuen Server machen, dann geht das. Hä, das war doch jetzt schon die richtige Runde, oder nicht? Nein, 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 nein. Ach, hört auf, jetzt wieder rumzudödeln, ey. Natürlich war das schon die richtige Runde. Das ist doch schwer, einfach. Lebst du noch, Dizzy? Ja, Mann, ich krieg den scheiß hässlichen Stift nicht gezogen. Du musst einfach fett fingern. Ja, ich hab aber nicht so fette Finger, ich hab mehr so eine filigran Elfenhände, so, weißt du? Hä, wo fässt der denn an, Alter? Ist der komplett doof? Ja, aber wie hietet der denn? Wie werft der die Granate? Ja, mit ausholen und dann musst du irgendwann... Einfach werfen? Ja, einfach mal werfen. Ja. So, wir spielen, so. Ich krieg die... Alter, der Stift, ne? Das ist aber auch so richtig ätzend. Habt ihr auch geworfen. Ist nicht so weit geflogen. Okay, diese Map ist einfach unfassbar hart. Das war geil. Das gehe ich auf mich. Wollen wir das eigentlich für das Final-Match machen? Ja, wär ich dabei. Okay. Okay, ich hab einen Server gemacht. Ja, komm, dann geh mal. Los. Oh nein! Komm, Leute. Ich hab so doll gezogen. Wir werden verlieren, Leon. Wir werden verlieren, ey. Alter, das ist so schwor. Du musst nur die Granate quasi vor die Kiste hinbekommen, so. Flup. Wir werden verlieren, Leon. Ich hab das gar nicht... Ich hab's nicht unter Kontrolle, Mann. Wir werden's verlieren, Leon. Das ist dumme Leid. Also jetzt noch mal eine neue Laufel. Du bist jetzt gegenüber von mir. Das ist ganz gut, glaub ich. Äh, ich komm da nicht rein. Kannst du das nicht so rechts werfen? Grenade spam? Äh, jetzt bin ich drin. So, warte, wenn alle drin sind... Also, du musst ja eher Start-Rug. Lass mal warten, bis alle drin sind. Ja. Äh, not found. Ach so, Ding hat einen neuen Raum. Okay. Ja, also ich möchte... Ich möchte bestehen... Warte, 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 warte. Wir ziehen gleich runter. Okay. Let's the map. Ja. Zähne runter. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Let's go. Okay. Ich hab's offen. Speedrunner. Wie hast du das Ding schon offen, Mann? Profi. Scheiße, jetzt ist der Ding wieder eingerastet. Wow, ich hab's auch aufgemacht. Ja gut, Edo. Oh Gott, ich bin so tot. Ich riecht nicht. Fuck. Was denn? Edo! Bug. Das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Nein. Das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Ich hab die Kiste aufgemacht. Mein Arm ist in der Kiste hängen geblieben. Ich bin mit dem Arm durch und der hat alle Granaten gleichzeitig ausgelöst. Oh mein Gott, Edo. Das ist mein Bug. Das ist ein Bug. Das ist ein Drei Granaten, eine hohe Explosivität. Das war... Das will ich jetzt auch sagen. Das war echt ein Bug. Ich glaubst du wirklich nicht ein Bug. Also es war... Ich hab... Also ich glaub es war ein Bug. Natürlich war es ein Bug. Ich hab einen Krüppelarm. Dizzy, ich hab einen Krüppelarm. Ja, ich... Bagger, ich versuch. Also ich hab... Ich tu mich wirklich schwer. Du musst einfach auf Leon. Alles gut. Kommt der Nade zu... zu irgendjemandem. Nein! Ich bin tot. Ja, ich hab ihn! Du hast ihn getötet? Ich hab ihn. Wie hast du das denn gemacht? Oh, der Nächsten hat mich nicht gehittet. Alter! Konzentration. Alter, ich hatte einen verdrehten Arm. Hey, was auf. Du hast Drei Granaten. Mach ganz ruhig. Toro ist Kacke. Das schaffst du seh nicht. Ich hab mich nicht nur schon tot. Achso. Da siehst du, Toro ist Kacke. Oh Gott, du hast die Granate nicht richtig. Wer? Du hast den Hebel nicht drin. Die geht hoch, wenn du den Ding raussiehst. Erstmal wieder hinlegen. Du hast ihn nicht komplett umgriffen. Erstmal wieder hinlegen. Ich krieg den Stift nicht mal rausgezogen. Ja, aber dann wär halt Suicide. Leon. Nee, ist ja richtig. Leon, no pressure, no pressure. Aber davon hängt alles ab. Das sieht, denk ich mal, nicht schlecht aus. Oh, jetzt musst du bloß noch werfen. Der Stift ist draußen. Sehr gut. Bei mir? Jetzt einfach auf Leon. Der Stift ist da noch drin. Alter, die Schnauze. Das sieht der doch nicht. Achso. Lol. Mann. Gut abgestipptes Team, ey. Kurz hatte ich Angst. Ich komme mit diesem Ende nicht zurück, ey. Einfach nur mit der Hand immer wieder greifen. Genau so. Und dann, wenn du irgendwann hast, einfach richtig dran rumreißen. Dann kannst du den Stift. Der muss richtig fest sein. Als wie wenn du was richtig in der Hand hast, glaube ich. Dann geht das. Oh, der sieht gut aus. Ja. Ja. Nein, nein. Was? Warum war der nicht weg? Ich glaube, du musst dann mit der anderen Hand wechseln, wenn du den Finger, wenn du den Dings drin hast. Wenn du den Finger drin hast. Leon, Leon, Leon. Geh kein zu allzu großes Risiko an. Ich glaube, du bringst dich selber um. Nein. Ich bin da nicht weg. Nein. Ich bin dead. Nein. 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 Sieg. Wir haben gewonnen. Sieg. Wir haben gewonnen. Oh. Oh mein Gott. Ja. Ja. Not even close. Alter, eh. Nein. Krass. Oh. Warte. Hätte ich Dizzy bekommen. Probier mal. Wirf hat die Granate. Alter. Ah, nee. Die wäre vorbei. Alter, du hättest du. Hättest du. Nee, nee. Die ist voll vorbei. Ist zu weit knapp gewesen. Warum hat er denn die Granate losgelassen jetzt auf einmal? Ja. Wenn Leon Siege sich aus seiner Hand zeigt. Ah, ich muss mir heute keine Gedanken machen. Was musst du? Nee. Nee, ich hab das heute weggeschmissen. Ey, Jungs. Es war wirklich sehr, sehr schön mit euch. Ich find's ein bisschen schade, dass Rocket League da als einseitig war. Damit haben wir wirklich beide nicht gerechnet. Ja, ich hab nicht will. Trotzdem. Es hat sehr viel Spaß. Vor allem Hand Simulator jetzt gerade und Gangbees. Es war so wunderschön. Ja, wir melden uns dann wegen dem großen Finale, ne? Ja, 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 ja. Edo P und Leon, dankeschön, dass ihr mitgemacht habt. Sehr gerne. Einen drastischen Applaus für die beiden. Ja, da kann man mal reinklappern in den Chats. Da kann man auch mal klatschen und so. Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Ehre, dabei gewesen zu sein. Danke sehr. Tatsächlich, wie viele Stunden war das jetzt auf einmal? Es waren schon wieder vier Stunden. Vier, ja. Das waren diesmal vier. Na, dreieinhalb. 1930. Ich glaube, letztes Mal waren es auch drei, glaube ich. Ja, genau. Aber davon war noch eine 45 Minuten, Toro muss COD einstellen. Oh, scheiße. COD habt ihr wahrscheinlich auch eine Klatsche gekriegt, oder? Ich schwöre, dieses Spiel nehmen wir auch nicht mehr auf. Ich hab mich auch schon verbannt von der Platte. Also alle mussten mit Heisen spielen. Also wirklich alle außer Toro. Und Toro hat es nicht hingekriegt, die alle zu töten. Ja, genau. Ihr lacht zurecht. Ist ja auch ein Scheißspiel. Ja, gut. Ist ja nicht so FPS-affin, der Junge. Gut. Dann. Dann. Macht's gut. Vielen Dank, vielen Abend. Ja, vielen Dank noch. Ja, eine gute Zeit. Tschö, tschö. Macht's gut zusammen. Bye, tschau. Auf Wiedersehen, ihr Lieben. Dankeschön. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Musik Untertitelung des ZDF, 2020